. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu Speedrun der Alle. Heute mit einem ganz besonderen Spiel, auf das ich mich wahnsinnig freue. Biohazado oder auch Resident Evil. Dann auch noch in einer ganz exotischen Version, der Saturn-Version. Das war auch eine Konsole von Sega, deswegen kennt ihr die nicht. Wer das heute spielen wird, ist der Marcel. Servus. Erstmal danke, du hast sogar den Fernseher uns mitgebracht, das ist immer gut. Den Fernseher haben wir uns schon seit letztem Mal mitgebracht. Aber du kannst es auch schon wieder mitnehmen und wenn es das nächste Mal kommt. Wir haben ja keinen Platz für sowas. Der Marcel nimmt uns noch ein bisschen mehr Platz weg, aber endlich sehr wichtig, er hat uns die Fernbedienung für den Fernseher mitgebracht. Was wir nämlich gemerkt haben, wir natürlich auch vielen Dank, dass du nochmal wieder dabei bist und uns jetzt auch damit nochmal beglückt hast. Der Fernseher ist sehr, sehr nützlich, dass wir hier auch vernünftig Oldschool-Games zocken können. Aber wir hatten das Problem, dass er sehr dunkel eingestellt war und man es nicht am Fernseher dann machen konnte. Das war schlecht, ne? Aber ja, Simon hat es erwähnt, Biohazard Resident Evil ist heute dran. Du hast natürlich ein paar mehr Spiele, die wir in anderen Folgen dann sehen werden. Du bist richtig gepackt hier angekommen, nicht schlecht. Ja. Große Tasche. Jeder von uns hat Resident Evil natürlich auf die eine oder andere Art erlebt. Also, haben wir es alle auf dem Saturn oder auf der Playstation durchgespielt? Ich habe es tatsächlich auf dem Saturn gehabt, aber da nicht durchgespielt. Ich habe es auch gehabt, aber ich habe es auf der Playstation durchgespielt. Ich habe es tatsächlich auch das erste Mal auf der Playstation gespielt. Die meisten eigentlich, glaube ich, ne? Playstation, Saturn. Ja, das war es, ne? Und dann Nintendo DS irgendwas war da. Nintendo DS, ja. Oh, da habe ich es auch noch. Deadly Silence, ja. Müssen alles DS-Wortspiele sein. Warum die Saturn-Version? Ganz einfach, weil die was Besonderes ist. Die hat einen re-eskinnten Hunter unten in den Katakomben und zusätzlich gibt es noch eine Überraschung am Ende. Aha. Also, mehr eine Stilfrage und nicht eine Frage des Speedruns. Also, es gibt nicht irgendwelche schnelleren Varianten auf dem Saturn? Der Saturn ist, ganz ehrlich, die langsamste Fassung, um das zu runnen. Ja. Weil die Ladezeiten exorbitant sind. Kann es sein? Ah, okay. Kann es sein, dass du heute vielleicht einen Weltrekord aufstellst, weil sonst keiner Raktoren gespielt hat? Das kann tatsächlich sein, ne? Na gut. Schauen wir mal. Als nächstes dann Nintendo DS. Eingruppe, deine PB, wie viel wäre das? Das ist aktuell dokumentiert, eine 1.400.04. Mhm. Aber ich habe auch in einem Testrun schon mal eine 1.38.30 gehabt, ist aber nicht dokumentiert. Okay. Falls es irgendwo in die Nähe kommt, werden wir einfach Weltrekord ausrufen. Ich finde auch, wir sind bereit. Du bist natürlich schon im Startscreen hier. Kannst du vielleicht einmal zurückgehen, damit wir das Biohazard einmal hören? Dann kann die Regie auch gerne einmal aufs In-Game gehen, weil ich finde als... Und können wir den Counter einfach ab dem Intro erst laufen lassen? Nach dem Intro? Ich würde mir so gerne das Intro nochmal anschauen. Ne, das drückst du weg wahrscheinlich, ne? Das drücke ich weg. Ah! Ihr seid alle so, ihr habt keine Seele. Aber wir können es auch gerne laufen lassen. Also, es läuft ja jetzt gleich, ne? Dann machen wir Intro-Prozent. Ich fände es geil, wenn wir es irgendwie zumindest... Ich würde es mir gerne angucken, aber ich will nicht deine Zeit natürlich verkacken. Auch schöne, damals noch hier die Artworks und so. Mhm. Kennen wir alle, ne? Fast alle. Fast alle. Wer ist der Betrüger? Ja. Wer wird erschossen am Ende? Wer liegt unten in dem Keller, wo die Spinnen sind? Das ist er hier, ne? Enrico, genau. Enrico, genau. Enrico. Mit so einem Namen. Ja, der kurz bevor er sagen kann, dass es Wesker ist, wird er erschossen. Verdammt. Okay, und da. Da sind wir. So. Ah! Nice. Biohazard. Oh. Moment. 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 Ah, das ist Nostalgie. The hype is real. Ohne Scheiß. Guck mal, man denkt aber auch, dass das Biohazard automatisch kommt. Man muss ja erst einmal Start drücken, ne? Genau. Gut man es hören kann. Ich hatte es auch anders in Erinnerung. So, die Frage wäre jetzt, ähm, natürlich, wenn wir die Zeit jetzt hier starten, wollen wir uns das Intro angucken oder nicht? Sonst starte ich die Zeit, wenn das Intro vorbei ist. Ich würd's gerne sehen, aber ich will jetzt auch nicht. Ne, lass dich durch. Ja? Okay, dann machen wir das so. Es ist einfach ein Klassiker und ich finde die neuen... Dann starten wir nach dem Intro. Okay. Und ich finde nämlich die Remastered-Intros furchtbar, diese Render-Intros. Kann man machen, aber das ist einfach, das hat Style. Ja. Gut. Dann fang ich jetzt an. Ja. Das ist die einzige Rolle, die... Ja, stimmt. Bevor ich dann draufzumere. Und das ist vor allem die einzige Rolle, die die Darsteller je hatten. Hast du nie wieder gesehen, die Typen? Ne. Das ist richtig. Weg von der Schauspielschule und... Ja, ich feiere immer noch Barry Burton mit unterschiedlicher Haar- und Bartfarbe. Fertig, fertig. Und Chris Redfield ohne Steroide noch. Oh, wir haben bald das 20-jährige Jubiläum, Simon. Dann müssen wir noch irgendwas machen. Ich bin voll dabei. 2018, Juli. Der 24-Stunden-Marathon. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. Chris, you haven't found it? Kommt tausendfach Erinnerung zurück. I haven't found it yet. These armed murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Besser als manche Indie-Filme heutzutage. Das nennt man Mumblecore. Oh Mann, ja. Nachts. Sonnenbrille. So ist kein Gesicht verziehen. Ja, doch er. Er verziert's, ja. Er verziert's, ja. Und gleich der Schrei, wie bei XCOM von den Monstern. Hey! Come here! Da ist es. Es ist eine Waffe. Oh mein Gott, da hängt noch. Hand dran. Hier hat man die Hand gesehen, ne? Dass die unten abgetrennt ist. Es war vorher weggeschnitten in der Euro-Fassung. Ja, es ist, ich glaube mich zu erinnern, dass es auch eine farbige Fassung gab. Du meinst jetzt der Directors Cut. Ja, ja. Der europäische und japanische Fassung vom Directors Cut. Ja, ich hätte schon gedacht, dass im japanischen Original es auch farbig war. Aber scheinbar nicht. Alter, das ist schon heftig eigentlich für ein Videospiel. Meine Mutter hätte es nicht gut gefunden. Kind, was machst du da? Wie dieser Hund auch einfach explodiert ständig. Joseph! Gott, das hat man auch alles nicht gesehen, ne? Ne. Ne, wir hatten, glaube ich, Zeitungsausschnitte in dem Intro. Ja, ja, genau. Die Zeitungsausschnitte waren da. No! Don't go! Nein, rennt der Helikopter, warte! Red the chicken vickers! Den hat an Evil Dead. Ja. Das Intro ist großartig. Ja. Bei allen Leidenschauspielern. Ja, aber es hat ne gute Stimmung sogar. Ich meine, es ist dilettantisch, aber im Ernst, es hat Stimmung. Okay, wir müssen uns, glaube ich, bereit machen jetzt für den Heimat. Ich glaube, die Hero Shots kommen doch noch, ne? Du hast recht. There are only three stars members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Ihr seid doch alle durch dieselbe Tür. Da sind sie. Chris Redfield. Mit Zigarette, ja. Dann beachte, ja. Mit Zigarette. Mit Floppe. Wirklich groß. Jill Valentine. Chuck Chuck. Großartig. Das ist mein echter Bart. Und sie. Hihi. Hallo, ich bin zwölf. Guck mich doch nicht so an. Nicht der Verräter. MVP. Ähm. Biohazard. Yes. Immer noch. Nach dem Text werde ich anfangen, ja. Das Spiel hat sowieso einen In-Game-Timer. Den haben wir jetzt quasi um eine Minute gestreckt, ja. Aber das ist in Ordnung. Zählen wir dann runter. Bitte. So. Und? Eins kommt noch, genau. Eins kommt noch. Jetzt kommt das. Okay. Wir haben natürlich ein paar Cutscenes, die wir uns angucken müssen. Die lassen sich nicht durchdrücken. Zum Glück. Zum Glück. Es gibt auch ein paar herrliche Dialoge. Also. Well, I'm sorry. But he's probably. He's probably. No. What is that? I'll go check. Da ist ein Blumentopf umgefallen. Sieh mal, das sind die gleichen Ladezeiten wie bei den Dialogen bei Gabriel Knight. So diese awkward Wartezeiten, damit umgeschnitten wird. Das macht die Comedy auch aus. Ja. Wenn du jetzt mit Jill spielen, könnte ich jeden Satz mitsprechen. Ich bin auch, ich versuche die ganze Zeit, aber ich will jetzt auch nicht immer nerven, aber man ist versucht, die ganze Zeit mitzusprechen. A Dining Room. Wenn wir leider nicht hören. I hope this is not Chris's blood. Watch out, Jill. He's insane. Aber es sieht ja genauso gut aus, wie die Playstation-Version. Hätte ich jetzt... Die Karte-Modelle sehen sogar besser aus. Ja. Weil die voll texturiert sind. Oft war ja die Saturn-Version optisch ein bisschen schlechter, habe ich zumindest in Erinnerung. Also was wir hier haben, ist weniger Transparenz natürlich, weil der Saturn in den Transparenzen nicht so gut gewesen ist. Das ist die berühmte Zombie-Szene und wir versuchen, die zwei Clips, die da liegen, die die Leiche hat, aufzunehmen, bevor der Zombie uns irgendwie kaschen kann. Oh, okay. Also direkt nach Vorrennen. Grabschen, genau. Da weiß ich noch, da wurde in der Videogames oder der Maniac wurde gesagt, dass die Texturen von echten Leichen genommen haben. Und da denkst du so, wow, die sind krass. Das ist Faces of Death der Videospiele. Ja, wirklich. Sehr gut. Ja, für die Leute, die immer nur Jill gespielt haben, bei Chris haben wir natürlich eine dezent andere Route und er hat nur sechs Item-Plätze statt. Das ist richtig. Das müssen wir natürlich alle machen. Ja, klar. Sonst geht's nicht weiter, aber... Die meisten Humbis lässt man noch stehen. Genau. Munition sparen. Das heißt, ich muss keine Munition sammeln, was letztendlich Zeit spart. Where is everybody? Tja, ich geh nach Hause. What happened to Jill and Weskerk? I'm talking to myself. Wenn man versucht, hier aus der Halle rauszulaufen, Stichwort ich geh nach Hause, dann ist die Halle mit Hunden voll. Dann kommen die Hundis. Richtig. Im Remake gab's dann so eine Sequenz, wie die Tür aufgeht und die Hunde... Die gibt's hier, glaub ich, auch als Render-Hund, den man dir angucken kann. So lustig, weil sie töten ungefähr 300 Hunde auf dem Weg raus, aber die zwei, die sind hart. Die Alpha-Hunde. Den Weg bin ich auch noch nie am Anfang gegangen. Die meisten denken natürlich unten da rein. Was Chris auch anders hat, Jill hat ja den Lockpick direkt dabei. Richtig. Chris braucht für jede Tür, für jedes Schloss einen Schlüssel. Chris hat dafür ein Feuerzeug. Er hat das Feuerzeug ja nicht. Nein, hat er nicht. Nee? Nee? Hätte jetzt auch gedacht. Hat der nicht irgendwas... Er hat eine gute Frisur. Na gut. Hat der nicht ein Feuerzeug? Ja, vielleicht später oder im Remake. Ich bin mir grad auch nicht, ich hätte schwören können. Lass dich von uns nicht ablenken, gell? Du schmiedst einfach so wie du... Und du musst auch nicht antworten. Wenn die Blutlache kommt, erkennt man daran, dass die Zombies tot sind. Ja. Ich schätze mal, der Zombie musste gekillt werden, weil er sonst sich dann bedrängt hätte beim Schieben. Richtig. Das kann man auch mit dem Messer machen, ist aber unendlich viel schwieriger, weil die japanische Fassung Auto-Amen hat und der Charakter sich dann immer auf den anderen stehenden Zombie konzentriert. Okay. Ja, das Auto-Amen ist, glaube ich, bei der Eurovision nicht ganz drin gewesen. Nein. Überhaupt nicht. Wunderschön. Wunderschön gedocht, ey. Da haben sich die Verantwortlichen beim Capcom gedacht, ach, die im Westen, die brauchen kein Auto-Amen. Lass dich mal den Tyrant ohne machen. Viel Spaß, Leute. Das ist eigentlich komisch, weil die asiatischen Versionen ja oft schwerer sind und man für die Wessis so ein bisschen… Tatsächlich sind viele eigentlich leichter. Also, ich weiß es nicht, ich habe das jetzt nur so gehört, dass die Asiaten es gerne schwerer haben. Ninja Gaiden Prey ist zum Beispiel so ein Beispiel. Echt? Also, das ist auch wesentlich leichter. Wow! Womit sprüht sie einen eigentlich an? Mit Halt-Spray? Das ist eigentlich eine gute Frage. Fürs Halt-Spray, vielleicht gilt das Untote. Ja. Ah! Ja. Wie in Rollenspielen Hells hat er das benutzt, wie Zombies. Verdammt! Ich bin ein Newcomer. Ich habe gerade das Stars Bravo Team im letzten Monat. Oh, ich bin so cute. Schlechtes Timing, ja. Ich glaube, Leon hat im zweiten Teil noch viel schlechteres Timing. Ja. Ich würde gern meinen ersten Tag. Oh. 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 Bursa for Resident Evil 7 so einen Marathon oder so machen. Oh. Voll gerne. Wir setzen uns zusammen und zocken einfach die Alten alle uns hier durch. Ich bin gern dabei. Ich sehe. Hey. There's nothing else you could have done anyway. It's good you're here. Du bist ja nur eine Frau. Ja. But it's strange. I serviced the helicopter recently, but something went wrong with the engine. It was such a short flight. Ey, ein Helikopter im Resident Evil-Universum. Nie reingehen. Ich habe noch nie einen Landen sehen. Also ich sehe die immer nur crashen. Oder schon brennen. Oder schon brennen. Oder irgendwo liegen. Naja. Der Hubschrauberpilot im Resident Evil-Universum ist der undankbarste Job von allen. Ja. Auch bei Halo sind auch nicht so, wenn die Dropships würde ich auch nicht einsteigen. Aber warum spielst du eigentlich jetzt... Also du spielst die japanische, ähm... Macht's das nicht auch ein bisschen schwieriger? Hm, die Texte... Kannst du dich da nicht mal verklicken oder so wegen den Texten? Nee, das lernt man auch relativ schnell. Die Texte sind halt schneller in der japanischen Fassung. Ja, das ist ja auch so. Ganz wichtig, dass wir hier Rebecca nicht mitnehmen. Auch wenn wir 100% spielen, darum kümmern wir uns nachher, dass sie nicht stirbt. Sonst müssen wir bei dem Pflanzenkampf noch dieses Giftmittel anmischen, dieses Video in den Keller und die Wurzel damit einsprühen. Aber kann man... Ich wusste gar nicht, dass man das mit Chris überhaupt skippen kann. Aber kann man die Pflanzen 42 nicht einfach nur auch mit irgendeiner Raketen-Granatenwerfer irgendwas beschießen? Hast du echt dieses Gift machen? Ja, mit Chris. Er meint nicht den Boss. Er meint diesen einen Raum, wo man das Gift mischt. Ja, ja genau, wo nur die Wurzeln sind. Genau, genau. Ich dachte, dass man da auch irgendwie... Vielleicht ist das mit ihr dann. Das kann auch gut sein, dass es natürlich in den Remakes und anderen Fassungen, die man parallel im Kopf angepasst hat. Ja. Na ja, wenn man Rebecca mitnimmt, muss man das tatsächlich alles machen. Ja. Wenn man mit Jill spielt, muss man das gar nicht machen. Das habe ich beim ersten Mal trotzdem gemacht. Und festgestellt, als Belohnung gibt es, glaube ich, nur ein bisschen Munition oder so. So, weil wir noch nicht genug Rebecca hatten, bekommen wir gleich noch eine schöne Katze hin. Und jetzt ein wunderbarer Einstiegsdialog. Da könnte ich mich jetzt mal wieder wegfetzen. Das ist die Mondschein, wunderbar. Kultur, ne? Kultur durch Videospiele. Kann ich auch nur durch Resident Evil. Ja, aber immerhin. Er macht das hier nicht. Kann ich nicht. Ja, kann ich nicht. Stupid. It's me, Chris. Is that you, Rebecca? Ah! Oh Gott! Dann lieber gar nichts. Ah! It's the Moonlight Sonata. Can you play? Sure. Wenn man das fand, wie oft man das gehört hat. Mhm. Also die gepatchte Version, wo sie spielt Ding Dong, die Hexe ist tot. Das wäre echt nicht schlecht. Bisschen modden. Ja, ja. Großartig. Klar, draußen wirken die Zombies, aber spielen wir die komplette Mondschein-Sonate. Das ist der Wunsch nach Normalität. Mhm. In einer solchen absurden Situation. Wait. What is that? That was garbage. My interpretation is off a little. Das musst du üben. Chris, may I practice for a while? See? Just relax and play. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was passiert, wenn man hier Nein drückt. Das ist aber eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass sie wieder zurückwandert, dass man sie nochmal abholen muss. Das könnte sein. Aber es hat bestimmt jemand ausgelotet. Nicht speedrunfähig. Wäre ja auch unhöflich, wenn er Nein sagt. Darf ich trainieren? Nein. Nein. Scheiße. Lass es mal sein. A dining room. Again. Gute Wappen. Auch wenn ich das Geld hätte und mir ein Haus bauen würde, würde ich keine Schlösser an den Türen haben, sondern alles genug mit Wappen. Ich würde mich auch generell das Haus mir nachbasteln lassen, wenn ich reich wäre. Das wäre schon geil. Richard Garriott war doch auch so jemand, der sich dann ein Schloss gekauft hat, weil er ja mit Ultima und so sein Geld gemacht hat. Wenn ich jetzt morgen mega reich wäre, würde ich das auch machen. Und wirklich diese Wappen. Jeder kriegt dann so einen Wappen und Silbernis. Oder so eine Büste. Oh, ich muss kurz in die Küche. Scheiße, ich habe den blauen Diamanten vergessen. Wo war der nochmal? Ah, ich musste den Song auf der Gitarre erst spielen. Ja. Das wäre so geil. Und ich will doch nur forschen, denken sich die Forscher. Ich will doch nur arbeiten. Wir haben es in-game erklärt. Das soll einfach nochmal schwieriger machen, dass man das Labor darunter entdeckt, wo die ganzen Wissenschaftler sind. Mhm. Ja. Und weil die Spencers dann... Das gehört ja denen auch das Haus, oder nicht? Das ist dieses... Ja, das gehört alles der... Letztendlich... Das Menschen in den Arklay-Mountains. Oh! Moment eigentlich. Sega Saturnhunde. Ja, und natürlich haben sie unten das große Labor. Das haben sie ja im Film, finde ich, auch noch... Das ist die eine Sache, die sie okay hingekriegt haben, dass es so eine Art Tarnung ist für das Labor darunter und so. Okay, aber... Naja. Das ist halt total prall ist, dass bei Teil 2, dass das Polizeirevier auch so mystisch ist, mit Schlüsseln und Schachfiguren und sowas. Welches Polizeirevier hat sowas? Man hätte es doch immer anders machen können, ne? Also mit... Es gibt ja ein paar Code-Karten und Computer, ja, aber dann fangen sie trotzdem wieder an mit ihrem anderen Shit, ja? Was ja schon seinen Charme hat auf jeden Fall. Ja. Aber nicht wirklich realistisch ist. Oder jedes Polizeirevier sollte sowas haben. Entweder alle oder... Wir brauchen dringend einen Streifwagen. Puh! Wie viele Schachfiguren haben wir denn? Statt Zündkerzen hast du Schachfiguren vorne drin. Das ist genial. Man wüsste, es gibt keine Resident Evil Parodie zum Spielen, ne? Das ist schade, es bietet sich eigentlich an. Ja, selbst videospielmäßig, da hättest du so viel draus machen können. Du sagst, wenn wir das Gift mitnehmen... Alles gut. Okay, weil ich hab immer das Gefühl, dass wir dich ein bisschen ablenken, aber... Na gut, das muss ja jetzt auch nicht der Weltrekord sein, ne? Doch! Ich glaub, mit dem laufenden Intro wird das eh nicht mehr... Ja, aber das können wir jetzt schon nur am Ende wegrechnen. Ja. Aber das zählt, glaub ich, die In-Game-Time. Jaja, aber wir können in der finalen Zeit das natürlich am Ende wegrechnen. Machen einem einen provisorischen Weltrekord jetzt. Okay. Weißt du, unter dem Speedrandale-Gremium, ihr das akzeptiert. Das eingetragener Speedrandale-Weltrekord. Ja, aber das ist halt ne neue Kategorie, mit Intro. Aha, siehst du? Die hat glaub ich auch noch keiner gerannt. Die Speedrandale-Hassen-Intro. Da wird auf jeden Fall Weltrekord, ne? Ah, ah! Das ist durchaus gewollt, es gibt keinen sinnvollen Weg, schnell an dem vorbeizukommen, ohne... Ja, also ab und zu mal wirklich Intentional-Damage, ne? Es gibt schon einen Dodge, aber der funktioniert wirklich nur so halbgar und dann muss man viel Zeit investieren, dann wird man trotzdem gebissen und... kurz ihn locken... Ist der doof! Aber es sagt natürlich, du bist gerade noch dabei, den Run zu üben, zu lernen. Also es ist noch nicht alles perfekt perfekt, aber bisher sieht es für uns zumindest schon alles sehr gut aus. Es gibt ein paar Stellen im Run, wo ein potenzieller Reset möglich wäre, ne? Genau, das ist der erste Kampf gegen die Schlange. Und das ist kurz vorm Ende der letzte Passcode-Raum. Das sind zwei Räume, die können den Run kaputt machen, ohne dass man was dagegen tun kann. Für diese Zwecke hast du aber Backup-Saves dabei. Falls das dann sein sollte, würden wir nicht nochmal komplett von vorne anfangen. Das wäre schlecht, glaube ich, ja. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man die alten Resident Evil-Spiele so selten bei den GDQs sieht. Genau, wegen diesem Grund. Es gibt halt ein paar Stellen, die einfach den Run kaputt machen können. Und die benutzen halt, glaube ich, nicht so häufig dann Backup-Saves. Deswegen sieht man es leider auch nicht so häufig bei GDQs. Einen wohl, dass die Speedrun da alle haben. Einen hoch. Die Resident Evil-Speedruns sind so einige der frühesten Speedruns, die ich geguckt habe. Damals noch auf Speed Demos Archive, die Webseite, wo man dann, wo die Leute VHS-Tapes eingeschickt haben. Und man dann so kleine 320x240 Videos sich ohne Kommentar angeguckt hat. Und dann raten musste, warum der das macht. Aber es war sehr faszinierend. Das waren so die frühesten Runs, die ich gesehen habe. Ist heutzutage ein bisschen anders. Also meine Speedruns in Resident Evil waren von Freunden, die bei mir immer abhängen. Und dann hat sich das irgendwann mit dem Raketenwerfer rumgesprochen, dass man den bekommt bei 1,30 oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und dann wollte ihn natürlich jeder haben. Vielleicht gibt es ja, wenn man noch schneller ist, noch was und so. Teilweise habe ich eben schon in der Vorbereitung erzählt, dass ich einen Freund hatte, der jeden Tag zu mir kam. Wie man das halt so gemacht hat, der eine hatte, er hatte eine Amiga, ich hatte dafür die Playstation, da haben wir immer ausgetauscht. Und er hat dann immer mit mir gezockt und teilweise wirklich ein-, zweimal am Tag durchgespielt. Weil es ja dann doch, wenn man weiß, wie es geht, auch sehr schnell geht und immer seine Zeit verbessert. Also er hat Speedruns, ohne es eigentlich so wirklich zu wissen. Und es war sehr faszinierend. Ich bin irgendwann nachts aufgewacht und er war immer noch da, saß am Fußende wie so ein Mörder und hat Resident Evil gespielt. Und nebenbei Zigaretten geraucht wie ein Schlot. Und dann habe ich ihn um vier Uhr morgens heimgeschickt, so. Daran kann ich mich noch erinnern. Das ist dann dein One-Night-Game-Stand, ne? Oh, ja. Du bist immer noch hier. Genauso. Oh, da vorne. Normalerweise kann man das schaffen, oder? Das kann man schaffen, ja. Wenn er sich richtig rumdreht. So, das ist jetzt absolut gewollt. An dem kommt man auch nicht vorbei. Und da der mich vor dem Bordertiger-Stadt-Tor zweimal gekascht hat, werde ich jetzt ein Hellkraut einwerfen. Also für die Zwecke hast du immer ein Hellkraut parat, falls das mal zu viel sagen würde. Aber es sind ja überall welche im Spiel verteilt. Aber das machst du wahrscheinlich so minimal. Wenn du eins brauchst, weißt du wo eins ist, sammelst du es ein. Du brauchst ja keine Reserve. Ach genau, jetzt kommt das Gift da rein. Mhm. Ist auch nicht nice, die arme Pflanze. Na ja. Na ja. Das erste große Ziel hier im ersten Haus ist es, die vier Medaillen einzusammeln, damit man in den Garten kommt. Genau. Und ja, das dauert halt schon mal ein Weilchen. Obwohl das nur der erste Abspann sozusagen ist. Wisst ihr noch eure erste Zeit? Nee. Boah. Ich glaub zwölf Stunden. Ja. Ich hätte jetzt auch gedacht zwölf, aber vielleicht bilde ich mir jetzt auch nur ein. Drei Monate. Ja. War meine erste Zeit. Nee, ist ja eher auch bei mir eine Woche, aber ich hab zwischendurch Pause gemacht, weil ich zu viel Angst hatte, stellenweise. Ey. Also ich hab wirklich viele Jahre gebraucht, um drüber hinweg zu kommen. Nein, aber ganz im Ernst, ich konnte alleine Resident Evil lange Zeit nicht zocken. Weil es war einfach so die Musik, diese depressive Stimmung, diese Gefahr, die dann überall ist. Mit einem Kumpel war es nicht so ein großes Problem gemeinsam, aber ich war alleine. Ich hab mich jahrelang nicht getraut, alleine Resident Evil zu spielen. Immer dieses Schlürfen um die Ecke. Du weißt, da ist ein Zombie, du weißt aber nicht wo. Sia, was meinst du gerade? Ich hab vergessen, was ich gerade sagen wollte. Oh, tut mir leid. Ich hab dich unterbrochen. Es kommt nochmal zurück. Ja. Achja, solange wie ich gebraucht habe. Und zwar, ähm, ganz relativ am Ende, wo du den Computercode eingeben musst, das Rätsel hab ich halt nicht gecheckt als Kind so und hab erstmal, weiß nicht, gefühlt wochenlang nach einer Lösung gesucht. Was muss ich da eingeben? Und dann, ja, irgendwann bei so einer Game-Zeitschrift gelesen, ach ja, jetzt kann ich weiterspielen. In Vor-Internet-Zeiten muss man eben dann auch. Eben, eben. Also, Mitte der 90er hatte nicht unbedingt jeder irgendwie Access. Chris! Chris! Und ich war auch noch halbwegs ein Kind und ich war noch ziemlich dumm für die Rätsel. Es wird ja einmal gezeigt so und da gibt's so ein kryptisches Bild, wo das ein bisschen klar wird, was du da eingeben musst. Aber das hab ich halt nicht gecheckt damals. Im Zweifel rumprobieren. Chris jetzt hier wie so ein Musiklehrer. Mhm. Du hast besser geworden, Rebecca. Gutes Spiel, deine Fingerübung ist auf jeden Fall, die hat sich gelohnt. Hört sich jetzt auch an wie ein Lied, das ich kenne und nicht wie Murks, wie vorher. Oh, that was great. Auf geh die Tür. Was? Was? Sie hat's doch die ganze Zeit geübt, warum ist die Tür nicht vorher? Ja, ja. Das sind so Fragen, ja. Der guckt da nicht drauf. Sie hat immer die letzte Note, die sich aufwarten lassen. Die drück ich, wenn Chris da ist. Es muss auch jemand da sein, der zuhört. Was ist das? Wenn ein Baum im Wald umfällt, ist er auch umgefallen, wenn es keiner sieht? Nein. Wenn Rebecca Klavier spielt und kein Chris da ist. Dann fällt der Baum im Wald. Wahrscheinlich hat sie einfach nur abgehandelt. Ja, ja. Ich hab... Okay! Was? Oh, es hat geklappt. Mann, du bist an einer Geschwindigkeit. Das gefällt mir sehr gut. Man kennt ja alles, aber ich hab's länger in Erinnerung und du machst es hier richtig so... Ja, schade, dass die Zombie-Deutsches nicht funktioniert haben, aber das ist halt immer so eine Fifty-Fifty-Chance. Mhm. Ich hätte jetzt wahrscheinlich schon acht Millionen Magazine in alle reingepumpt. Ich bin... Das ist das, was man sich beibringen muss bei solchen Survival-Horror-Sachen. Eben nicht alle killen, sondern wirklich so gut ausweichen, wie's geht. Ach, das konnte ich nie. Ich hab lieber... Ja, aber ich wollte die weghaben. Genau, ich wollte die weghaben. Ich fand gerade hier bei den ersten beiden Resident Evils geht das noch klar, dass man alle wegballern kann. Später ist... Kommt mit der Munition noch halbwegs aus. Äh, bei Resident Evil 3 wird's, find ich, ganz... Storm. Ja, das eh, ja. Ach Gott, bin ich froh, dass wir das durch hatten. Was ist mir... Die rote Monika hier. Code Veronica. Das war ganz schlimm. Code Veronica hatte den beschissensten Sidekick ever. Steve... Steve... Leonardo DiCaprio. Claire! Claire! Wow! That's some nice guns! Aber es gibt schon... Ich fand, es gab ein paar gute Momente. Ja, ja. Wenn wir den Goldknarren... Ja, er springt in Slow-Motion mit dem Spiel. Selber war der Hammer. Ja. Es war aber leider nicht so gut gealtert. Wir haben uns das auch gedacht. Ja, wir haben's durchgespielt. Wir haben jetzt so geflucht. Ach. Wir haben's in dieser PS3 Remaster-Fassung gespielt. Und das war einfach so, okay, wir haben's doch alles ein bisschen besser in Erinnerung. Ja, überraschenderweise der dritte, den ich schlechter in Erinnerung hab, war besser als... Besser gealtert als das, ja. Nemesis, wirklich? Ja. Ich war auch wirklich... Ich war extremer Hater. Und ich muss sagen, nee, gutes Spiel. Kann man nicht sagen. Ist nur sehr lang. Ich hab damals nur einmal gespielt, aber auch nicht durch, weil keinen Bock gehabt. Sehr gespannt übrigens. Wenn alles passen sollte, sollen wir dieses Jahr auf der E3 ein bisschen was zum Resident Evil 2 Remake erfahren. Und ich hoffe wirklich, dass sie sich an dem ersten Remake orientieren. Also Render und feste Optik mit wechselnden Kameraperspektiven, weil auf sowas hab ich nochmal Bock. Ey, die müssen das... Die haben so lange gewartet jetzt und die Leute freuen sich echt drauf. Die müssen das richtig auskosten jetzt. Die sollen da auch so ein bisschen Replay-Value am besten noch reinbringen. Jetzt wird's gleich spannend, glaub ich. Ah, jetzt kommt die ekelhafte Schlange. Okay. Ja. Ah, ist auch ein toller Moment. Na, da gibt's ein Setup. Das ist relativ langsam, aber zu 90% sicher, sag ich mal. Also ich hab's auch schon geschafft, durch die Schlange durchzuklitschen, mich in der Ecke festzuhängen und dann zu warten, bis die Schlange mich totbeißt. Da ist es auch schon passiert, aber normalerweise klappt's. Was ich am Anfang nicht wusste, die braucht man hier noch gar nicht zu killen oder beziehungsweise anzuschießen. Schnell die Medaille looten. Oh nein, alle meine Plätze voll. Ja, ist schon genau abgetimt, glaub ich, für das dritte Crest. Da kommt sie. Genau, die KI will halt immer erst direkt zu mir. Und es dauert eine Weile, bis die schnallt. Ah, da geht's ja doch nicht lang. Oh Mann. Dummes Reptil. Ja. Sehr gut. Das war's schon. Das war's, ja. Nice. Das spart uns das Ganze. Oh, ich bin vergiftet, wir müssen das Serum holen. Ja, das Ding ist, wenn du einmal getroffen wirst, vielleicht verlierst du halt sehr viel Zeit, weil du dann das Serum brauchst und bla. Es warbt dich dann zurück an einem Checkpoint. oder in den Rebekka-Safe-Raum. Genau, in den Rebekka-Safe-Raum. Und da muss man nochmal durch die ganzen Flügel durch. Da muss man den Side-Quest quasi erledigen. Was auch cool war für so ein Game, das ein Side-Quest hat. War der Typ jetzt schon tot oder konntest du noch mit ihm reden? Der ist schon tot mit Chris. Okay. Mit Jill hebt er noch. Ja, dann kann man ihn retten. Naja, er stirbt dann in dem Moment, wenn man ihm das Serum bringen will. Ja, ich wollte gerade sagen, man kann ein Gespräch noch erzwingen. Erzwingen. It was a huge snake and also poisonous. Oh ja. So eine Bisswunde im Körper, ja. Irgendwo saß wirklich so eine Gruppe Japaner am Tisch und er hat gesagt, passt. Huge Snaker. Ich meine, das versteht dir eh keiner, was die sagen. So, jetzt kommt die dritte Medaille. Ach, die Schieberei immer, ey. Ja. Aber hier auch zum... Hier war es tatsächlich ja mal eine smarte Idee. Ja, ja. Später, finde ich, wird es irgendwann ein bisschen doof. Wenn du das nicht verschiebst, dann kommt ganz viel Gas und du bist tot. Hier haben wir es gerade an den kleinen Puffwolken da unten gesehen, dass das runtergegangen ist, die Saturn-Transparenz nehmen. Der kann es zwar machen, aber durch die beiden entsprechenden Prozessoren, die da drin sind, müssen die Effekte anders verteilt werden vom Programmieren her aus. Und es rentiert sich am ehesten, dieses Rastermuster zu machen beim Sega Saturn, statt richtigen Transparenzen, weil das einfach besser funktioniert. Deshalb sieht man häufig eben dieses Rastermuster anstatt richtigen Transparenzen. Genau, der Saturn hat zwei VDP-Chips. Und der eine kann Transparenz, der andere nicht. Die meisten Programmierer haben die Spiele halt nur auf einem programmiert. Und zwar meistens der, der es nicht konnte. So, jetzt bräuchtest du nur noch eine Medaille, wenn ich mich nicht irre. Genau. Es hat nicht mal geklappt. Ich bin sehr zufrieden. Aber er hat den schönen Tanz einmal drumherum gemacht im Kreis. Was jeder draußen übrigens nicht hören kann, das freut mich, dass der alten Sega Saturn-Besitzer auch das Rattern des CD-Laufwerks. So, jetzt muss man den Schlüssel loswerden, weil sonst haben wir den Slot nicht frei für das vierte Crest. Die vierte Medaille ist zum Glück auch direkt in der Nähe von dem Platz, wo du das einfügen musst. Genau. Welcher Raum ist das, Simon? Wo gibt's die letzte Medaille? Die gibt's bei dem... Achso. Nein, nein, nein. Ich überleg gerade. Ne, sag mal nicht. Ich werd's ja gleich sehen. Tatsächlich, die drei hätte ich jetzt sagen können, die du eingesammelt hast. Ja, und die letzte, die ist eigentlich einfach. Komm, die musst du wissen. Ja, ich weiß die Sicherheit. Also, es kann gut sein, es gibt ja noch diese Löwenstatue mit den beiden Augen und so, aber da ist, glaube ich, der Kräufer drin. Da war er schon, da. Ach, da waren wir schon, stimmt. Ja, den hat er schon. Okay, das. Dann das andere war bei der Munchenzenada. Der dritte war jetzt eben bei dem Gas. Ne, ich weiß es gerade nicht mehr. Sind es die Krähen da bei den Bildern? Ja, bei den Bildern. Ja, natürlich, klar, die... Was war das von... Der alter Mann bis junger Mann. Und dann sind die Krähen oben, die du nie erwischen kannst, richtig, wo du mit dem Messer einfach so machst und hoffst. Ist es nicht von jung bis alt? Ich glaube ja. Von jung bis tot sogar, ja. Ah ja, genau, das habe ich auch gelesen gerade. Baby. Kleine Kind. Noch ein Kind. Der junge Mann. Sieht man zwar nicht, aber... Man weiß es. Der ist so jung, da sieht man keine Falten. Middle-aged man. Jetzt kommt der alte Mann. Und der tote Mann. Und diese Musik danach... Man kriegt sofort Panik, dass die Krähen auf einmal jetzt kommen könnten. Ach die Stimmung, ne, wie die so beruhlig oben... Die Krähen kommen übrigens, wenn du das Rätsel falsch machst, wenn du falsche Button drückst. Denn da können die Krähen gar nicht mit. Da haben die gar keinen Bock drauf, wenn du Rätsel falsch machst. Dafür sind sie bekannt. Wir sind mit so einer If-Then-Schleife programmiert, ja. If-Knopf falsch, then attack, attack, attack. Ja. Fertig. Ah, hier ist ja da noch der geile Moment mit dem ersten Hunter, ey. Das ist so toll. Es dauert noch. Ja, ja, ich meine Arbeit. Hier kommt das, ja. Ich habe das Haus gesäubert. Hier ist alles sicher. Oh mein Gott! Kopf weg. Der Hunter kann einen tatsächlich auch direkt killen. Ja. Aber macht er das nicht nur, wenn man keine energiert? Wenn man weniger hat, genau. Also der Kopf-Move kommt wirklich nur, wenn man schon angeschlagen ist, ja. Ja. Aber da reicht ja auch das kleinste bisschen in der Hauptveränderung. Mhm. Das ist furchtbar. Das geht vor allem so schnell. Ja, die Energieleiste ist natürlich, wird durch dieses Fine, Caution und so weiter angezeigt, aber im Grunde sind es auch richtige Hitpoint-Werte, die man hat. Also bestimmte Attacken, so und so viel von, ich weiß nicht, wie viel es waren, 200 Hitpoints oder irgendwie sowas. Das weiß ich nicht genau. Ja, also da gab es Leute, die das dann berechnet haben, die dann genau im Hinterkopf haben, das macht so viel Schaden, ich habe so viele Hitpoints noch über. Aber wir haben immer geraten als, ist es noch orange? Ist noch, ist noch krün, ist noch orange. Geht noch? Oh, wir sind noch nicht bei rot, es geht noch. Jetzt kommt das wichtigste Resident Evil Item. Ja, natürlich, der Crank, man. Der Crank. Da gibt es zwei Filme auch zu. Ja. Ja. Jason Stanton hat eigentlich dafür unterschrieben, dann gesagt, es hat gar nichts damit zu ziehen. Aber jetzt habe ich doch auf Achtkant-Schlüssel geübt. Das ist nur Vierkant. Method-Acting, ja, extra, genau. Das ist auch noch, ne? Einer reicht nicht, ne? Wir müssen auch noch einen vierkannigen Nachkant machen. Waren es hier auch mit den beiden oder war das ja später? Später gab es auf jeden Fall zwei, hier weiß ich es nicht, aber später haben sie echt mehrere einfach genommen. Hier gibt es auch, glaube ich, zwei. Resident Evil, never change. Und die sind natürlich so gesetzt, dass man sie dann beide im Menü hat. Mhm. Warum hast du dich eigentlich jetzt für Resident Evil entschieden, wenn es gerade auch so was Besonderes ist? Ist das einfach aus Nostalgiegründen? Es hat was mit Nostalgie zu tun und tatsächlich habe ich Speedruns schon getätigt. Da wusste ich noch gar nicht, dass es Speedruns waren. Das war Resident Evil 2, weil ich die ganzen verdammten Waffen frei haben wollte. Und das sind ja einige beim zweiten Teil. B-Adventure, B1, B2, ja, ja. Und da habe ich damals als Jugendlicher relativ gute Zeiten gehabt. Hat sogar die Gatling-Gun zum Schluss. Hast du da noch mit dem Tofu durchgespielt? Auch das, ja. Auch das. Kunko hat nur ein Messer, oder? Damals dachte ich, unmöglich. Aber jetzt heute so, wenn man ein bisschen weiß, okay, theoretisch geht es, aber ich würde es immer noch nicht schaffen. Für das normale Gameplay ist es natürlich ziemlich heftig gewesen. Ja, und dann habe ich halt mit dem Speedrunning angefangen, so ein bisschen. Und dann dachte ich mir irgendwann so vor zwei, drei Monaten dachte ich mir, Mensch, Resident Evil, kannst du da eigentlich mal ausprobieren? War eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich finde gerade eins, es hat noch eine gewisse Simplizität. Ist auf jeden Fall ein simples Spiel noch, was den Verlauf angeht. Ich finde sowas wie Nemesis wäre dann schon, finde ich, ein bisschen schon fast größer, kontinuier, chaotischer. Da muss man, glaube ich, schon mehr Zeit investieren, um es zu verstehen als Speedrunner. Dieses Game ist angenehm ehrlich noch, trotz deiner... Ja, straightforward auch so. Ja, das ist dein Ziel, finde jetzt den Shit... Und ich finde immer noch das gruseligste Resident Evil von allen. Ja, ja. Hier. Ja, du rennst jetzt natürlich durch, aber man... Man, man lauscht ja immer. Ja, man hört die Koten. Man hört was und hat immer gewartet, wollte gar nicht ins nächste Bild. Ja. So dieses, genau, das langsame Antippen, wann wechselt das Bild wieder vor, zurück. Zurück, 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 hat mich noch nicht bemerkt. Und die haben es auch immer so gemacht, dass man nie was sieht. Das war ein Versuch, das Selbstwert hat nicht ganz geklappt, aber... Alles gut. So viel Energie kosten die nicht. Es sieht nur so viel aus wegen dem ganzen Blut. Wenn sie einen aber einmal haben... Hast du ja gesehen im Intro, es geht... Leichter Kratzer am Finger. Schön die Hütte, im Wald wollte ich schon fast sagen. Gartenhütte. Die Gartenhütte. Haben sie auch ein bisschen mehr angepasst im Remake dann. Der ganze Lisa Trevor-Kram war ja hier eh nicht drin im Original, ne? Ne, genau, aber das finde ich auch schön im Remake. Die Lisa Trevor-Ecke ist echt schön gemacht. Das war wirklich schön, ja. Sowas wünsche ich mir, hast du ja gesagt, auch für 2, äh, für das Remake. Dass sie das nie in den Filmen gemacht haben. Ich glaube, sowas wie Lisa Trevor hätte sich perfekt angeboten. Das wäre so... So ekelhaft, ja. Als Gegner oder auch einfach als tragische Figur. Aber über die Filme reden wir hier nicht. Stattdessen haben sie diesen Gang gemacht, ne? Mit Alice und diesem Gitternetzwerk. Ach komm, hau doch. Und den auch immer und immer wieder. Wobei beim ersten Mal war das noch die einzige Szene des Films, wie was getaugt sei einigermaßen. Ja, aber sie hat nicht gewonnen mit der Zeit hin. Ja, aber dafür hast du im anderen Teil gehabt, wie Jill Valentine ein Motorrad in der Kirche nach oben verblicken ist und dann mit Kanonen explodieren und alles. Das ist Resident Evil, ganz genau. Das ist Resident Evil, das definiert Resident Evil. Motorräder und Kirchen. Oh, ein Rare Kill. Was, die verlieren Arme? Das sind Arme, ja. Das kann ich noch gar nicht. Welcome to the Japanese Fassung. Nein, die besser töten, weil... Man versucht hier das Buch zu holen. Ja. Und wenn man da in dieser kleinen Ecke ist, ja, und da steht einer vor einem, man kommt nicht mehr weg. Oh, ja. Ja, wie willst du da auch durchkommen hier? So, ihn lass mal einfach. Auch so schon mit der Panzersteuerung schwer genug. Das letzte Mal, als ich das Original-Original durchgespielt hab, war die Directors Cut-Fassung, die ja dozent verändert ist. Ich glaub, die Musik ist ja teilweise auch komplett ausgetauscht, ne? Die nicht mehr ganz, wie mein Gefühl, so spooky war wie im Original. Da gibt's auch einige Sachen, die dann sehr, sehr schlecht gelungen sind. Diese Mansion, Basements, Düdelmusik. Wie kleine Fürze hört sie sich dann an. Ja, ich versteh das auch nicht. Die wollten einfach nur mehr Zeugs haben. Hauptsache was anderes, ja. Hauptsache anders. Ich muss echt mal die DS-Fassung mal wieder spielen. Die war auch cool. Remix-Mode und alles, da hätt ich auch schon mal Bock drauf. Wenn die Hunde kommen, musstest du mit den Stiften zwalten. Ja, genau. War ganz cool. Du konntest ja auch mit dem Messer dann so. Ja, genau. Die Kombis. Das war auch schön. Hauptsache Touchscreen-Gimmicks. Ja, muss sein. Da stand wahrscheinlich im Vertrag. Oh, schön. Da steht Nothing bei den Plätzen, wo nichts drin ist. Statt leer. Bei den Deutschen. Das müssen wir Fabian mal machen lassen. Dass er japanische Menüs sortiert bei Resident Evil. Also die japanische Kiste sortiert, wo er nicht weiß, was das ist. Der Typ ist wahnsinnig. Der muss das immer so sortieren, dass es genau passt. Der ist seine Freundin mit ihm. Gleich kommt ein Raum, der richtig krass creepy Mucke hatte. Damals habe ich mich fast in die Hosen gemacht. Nur wegen der Mucke. Das ist da, wenn du Richtung da, wo das Wasser ist. Und du die Kisten da ins Wasser schieben musst. Das ist so eine creepy Mucke. Achtung, gefährliche Insekten. Die sind auch giftig, oder? Doch, das weiß ich gar nicht. Die erwischen mich nie. Ich glaube nicht. Die Spinnen sind hier giftig. Ja. Hm. Das ist so angenehm zu sehen, wie du es mit den Items siehst. Immer passt. Das ist für mich so richtig befriedigend. Man kennt es ja. Ein Item. Oh, der Scheiß-Schlüssel. Was mache ich denn jetzt? Ja, wenn man es selber schon erkennt, man sagt, ich muss nochmal zurück ins Safe-Raum. Ich muss das nochmal aufheben. Nichts Schlimmeres als das. Ja, 70% von Resident Evil ist Item-Management. Sachen von einer Kiste zur anderen rüberschleppen. Vor allem, wie viel er schon liegen gelassen hat, was wir niemals machen müssen. Ich stehe es auch nicht. Boah, da liegt Munition. Wie? Das heben wir nicht auf? Nein. Natürlich nicht. Geil, jetzt geht es in dieses Unterwasser. Diese Mucke meine ich. Die ist geil. Die ist sehr creepy. Du hast das Gefühl, gleich geht es ab hier. Und das tut es tatsächlich auch, wenn man es zum ersten Mal spielt. Sowas kenne ich sehr. Dieses Panikgefühl, wo du das hast, ich muss das jetzt schnell machen. Ich will jetzt möglichst so wenig Zeit hier verbringen, wie ich kann. Ja. Du hast halt so einen gefühlt langsamen Raum, aber du weißt, dass gleich bestimmt was krasses passiert. Das haben die sehr, sehr geil hingekriegt. Exakt 23 Mal. Dann spart man sich den Weg zurück, um sie das zu holen. Einmal mehr geschoben und man passt nicht mehr durch und kann den Raum verlassen, neu betreten und alles normal machen. Oh. Klar, die Kiste unten weg geschoben. Ich meine, er ist Super Special Stars Agent whatever. Er kann keinen Meter springen, ne? Mit Anlauf würde ich da... Ach egal. ...und nicht schwimmen. Er kann nix. Das ist ja lustig, wenn die Kisten nicht ganz richtig verteilt werden. Er einmal rüberspringt, um die dann einmal kurz zu ziehen und wieder zurück, um den Weg zu machen, um rüber zu gehen. Aber er kann mit grünen Kräutern umgehen. Ja. Ja, ja. Er isst einfach alles. Ich frage mich immer, was machen sie damit? Isst er sie oder reibt er sie auf die Stelle? Man weiß es nicht. Bei Resident Evil 6 haben wir immerhin Pillen draus gemacht dann. Hm? Oder Zäpfchen. 6? 6? Darüber reden wir bitte auch nicht. Das ist übrigens im Remake richtig geil, weil da schwimmt dann auch dieser Riesenhaie. Das ist einfach noch besser. Also richtig schön gemacht. Es ist so befriedigend am Ende, wenn das Wasser weg ist, die Haie noch zu erledigen. Hier kommt halt diese eine Cutscene, die er jetzt wahrscheinlich skippt. Genau. Da muss man auf der anderen Seite langlaufen. Ja. Ja. Das war halt dann das I-Töpfelchen zu dem Creep. Dann kamen auf einmal die Haie und du hast Panik. Ah, schnell in den Raum rein! Daneben ist ein Munitionsraum. Genau. Und da finden wir den letzten Schlüssel. Ja, da werde ich zwei Clips einsammeln. Die werden wir brauchen. Mir ist gerade eingefallen, dass ich damals Chris Redfield und Jill Valentine aus FIMO nachgebaut habe. Habe ich jetzt vor kurzem hier oben wieder gefunden in einer alten Kiste. Achso, die nicht geplatzt sind dann, oder? Ähm, wie meinst du? Ja, außer Sachen, die du aus FIMO gemacht hast. Das sind ja... Die das wahrscheinlich nicht überlebt haben. Die halten nicht so... Also es sieht nicht mehr gut aus. Ich habe sie auch, wie gesagt, weggeworfen. Aber man konnte sie noch erkennen und ich habe sie ja natürlich auch angemalt und mapiert und so. Was man nicht alles als Kind macht, wenn man irgendwie nichts zu tun hat. Weil du natürlich immer sagen musst, wir denken dann, es war Kind, aber wir waren 18. Das habe ich gerade in meinem Kopf auch gedacht. Aber... Wir waren 12. Als wir die Figur von Resident Evil nachgenommen haben. Ich stelle mir gerade vor, wie da ein 16-Jähriger irgendwie... Ah, ich war so ein Pfalz. Da! Na gut, du willst dich, ne? Aber einen Tritt hättest du schon mitgeben können. Nicht mal das kann man. Nicht mal treten kann man. Na gut, die sterben eh, ne? Wenn sie sich nicht bewegen können... Das Lustige ist, wenn sie sich einfach lästern, zappeln sie endlos. Das sind Spezialhaie, die müssen nicht unter Wasser sein. Da hilft nur das Anti-Haifisch-Bad-Spray. Kannst du als Assistant herrufen in Batman, ne? Findest du das Bad-Signal-Item? Ich frage mich, was haben sich die Wissenschaftler dabei gedacht? So andere nehmen Mäuse oder irgendwie, weiß ich nicht, Ameisen-Kolonien. Aber die nehmen gleich Haie. Also die machen halt aus allem gleich irgendwie... Wir nehmen das Gefährlichste. Umbrella. Ja, es gab wahrscheinlich so die Diskussion, hey, wir sind hier bei Umbrella. Lass uns mal klar sein, wir sind hier böse, oder? Dann lass uns mal richtig böse sein. Ja, dann brauchen wir Haie. Wir brauchen Haie. Das ist doch Pipifax, ne? Haie, Riesenschlangen, tödliche Pflanzen. Was ich aber sehr fragwürdig finde bei Nemesis, der gilt ja als der krasseste so von allen, aber der hat sein Herz außen. Und das ist eigentlich voll die Schwachstelle. Der braucht ja nur einmal falsch runterzufallen und er ist tot. Ja. Aber, ja. Aber er weiß, die Tats sind so bescheuert, die zielen sowieso nicht aufs Herz, so überall daneben. Spätestens mit den Raketen, wer vertreffen sie das Herz ein bisschen? Vielleicht ist das einfach ein Nebeneffekt. Der hat sich so viele Muskeln draufgeschafft, dass die Muskeln sein Herz nach außen gedrückt haben. Das Herz weiß nicht wohin, ne? Da gehörts rein. Ah ja, das Dokument. Das war schön, ne? Die damals auch zu lesen. Hast du gerade nicht gelesen? Oder wie? Kurz überflogen. Ja, kurz. Ich kenn's ja schon. Die Dokumente haben damals auch Spaß gemacht. Wozu auch tausendfach wiederholt, wie das Diary vom Wissenschaftler, der dann irgendwann, oh Gott, ich glaube, ich spüre etwas. Ja. Eintracht drei Tage später. Itchy, 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 scrunchy. Aber trotzdem noch Tagebuch geführt. Ja. Bis zum letzten. Hauptsache, das Tagebuch ist vollständig. Der nächste Boss. Jetzt kommt... Oh, wer kommt jetzt? Jill? Nein, ach. Nee, Jill wird gerettet. Eigentlich würde Rebecca kommen. Ja? Aber in dem Fall nicht, weil wir haben sie ja nicht mitgenommen. Stimmt, das war ja die Nummer, ja. Es blutet Wasser. Er schwitzt. Ich glaube, in der PAL-Version, von der Playstation-Version, war das normal, dass das Blut auch weiß war, oder? Bei der Pflanze? Also in der deutschen Version, ja. Nicht nur bei der Pflanze, bei den Zombies auch. Meinst du? Nein, das war Resident Evil 3. Resident Evil 3 haben sie... Hatte dieses Stauben und das Wegblicken. War eins... Also ich meine die PAL-Version... Nee. Nee? Also ich glaube nicht. Ich bin ziemlich sicher, nein. Ich... 99 Prozent. Okay, okay. Dann habe ich gelogen. Zweifel würde ich dir immer glauben, aber ich habe das so oft gespielt, dann müsste es... Ich hatte es halt noch in Erinnerung, dass da weißes Blut war bei Teil 1. Bei irgendeiner Version. So, das ist ja manchmal ein Safe-Spot. Aber nicht immer. Hat auch noch keiner ein Muster rausgefunden, wie man erkennt, wo bei der Pflanze ein Safe-Spot ist. Ja. Naja. Hat der dann genug gehalten, ne? War gut. Jetzt bin ich runtergefallen. Vor allem den habe ich auch noch nie mit einer Pistole gemacht. Ja, ich war auch überrascht, dass das geht. Aber du schießt ja eh nur die Tentakel ab, ja? Im Grunde. Mhm. Das heißt, die Version hat dann das Auto-Aiming, ne? Das heißt, da sind wir dann richtig hingelenkt. Das beschleunigt nicht die Kämpfe. Der Rektor hatte glaube ich auch Auto-Aiming. Also so ein Tyrant ohne Auto-Aiming, das ist echt. Ich habe mit meinem Bruder zusammen die deutsche Fassung gespielt auf dem Saturn und wir haben es dann irgendwann nach fünf Stunden sein lassen, weil... In dem Moment hatten wir schon... In dem Krsch. Genau. Ach ja, der Tyrant. Der macht Tschüss, Junge. Er legt sich mit den großen Bienen an. Chris! Nimm dich doch nicht lame! Meine Worte genau. Wo ist Jill? Bist du nicht mit Jill? Entschuldigung. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Ich hoffe, sie ist okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Aber es ist nicht deine Schuld. Das Ort ist verrückt. Wenn wir hier stehen, wir uns alle wiedersehen müssen. Was sollen wir tun, Wesker? Wir müssen diese Mission machen. Whether wir escape oder stay und suchen für Jill. Wir haben nicht viele bullets leften. Und wir können uns selbst nicht schützen. Wir sind immer in Probleme. Deswegen schießt du gerade auf Bienen. Chris! Es gibt viele Lock-Räume in diesem Haus. Schau sie noch einmal. Es muss noch ein Ort sein. Es muss ein Ort sein. Es muss ein Ort sein. Ich schau sie noch einmal. Okay. Ich schau sie noch einmal. Vielleicht. Okay. Let's get going. Wir trennen uns. Ach, diese gelangweilte Performance von Wesker. Okay. Noch einmal. Buff. Aber so ein cooles Shirt dann, ne? So schön hier. Eng, schwarz. Wesker. Ärmeln. So, jetzt zurück ins Haus. Es war ein relativ fixer Besuch. Dass Wesker ja angeblich gesäubert hat, ne? Schauen wir mal. Mhm. Es durfte uns ja jetzt nichts Böses mehr überraschen. Nö. Wir kennen das schon alles im Haus. Haben wir auch fast schon durchgespielt, das Game, ne? Haben schon alles gesehen. Aber nur noch raus. Oh. Oh. Na gut. Da ist der Klippo. Ja. Da finde ich. Jetzt kommen doch die Schlangen von oben aus den Bäumen, oder? Genau. Und die sind tatsächlich giftig. Widerlich. Widerlich. Da haben sie sich wirklich der Reihe nachher aufgestellt. Plopp, 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 plopp. Plopp. Jetzt müssen sie den ganzen Weg wieder hoch, ne? In die Bäume. Damit sie sich wieder fallen lassen können. Das ist doch... Das ist nicht... Das ist smart. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich falsch erinnere, aber ich glaube, ich habe hier das Wasser dann wieder reingemacht, damit ich auch safe bin von dem, was nachkommen kann. Gute Idee. Ja. So von wegen, wie bei anderen Sachen, so Türen zuschließen, bei Manic Mansion oder sowas, ne? Dann müsste ich ja Crank wieder bei dir haben. Ja, hab ich alles immer mitgenommen. Und wieder zurückgebracht. Und wieder mitgenommen. Ach, Mann, und jetzt rechnet man ja jetzt gar nicht, dass diese kleine Sequenz kommt. Die drückst du jetzt gleich weg, natürlich. Aber das ist geil, weil man sieht den Weg, den man eben gelaufen ist. Irgendwas, was sehr schnell ist, kommt hinterher. Und dann geht es an die Tür und man ist hinter der Tür. Ah, das ist toll. Wir können sie ja aus atmosphärischen Gründen laufen lassen. Nein, also mir ist egal. Ich habe nichts dagegen. Aber es ist dein Speedrunner. Lass sie laufen. Machen wir auch Minus. Mach den coolen Audi, Muffet. Ich wollte es gerade sagen. Das sind einfach so viele ikonische Szenen. Harani. Ich habe es ein bisschen gebrochen. Aber es könnte immer noch nutzbar sein. Ich nehme es mit mir. Warum habe ich mich mit mir gesprochen? Ich weiß nicht. Aber ich mache es immer noch. Wieder. Was ist denn? Hast du auch genug Energie jetzt gleich? Ja? Nein, du weißt schon, was du machst. Wegen den Huntern? Ja, ich habe Angst vor dem Kopfschlag. Die Zeit nehmen wir uns. Die geschwindet auch. Du weißt direkt, okay, es ist kein Zombie. Jetzt fragst du dich, was Christi die ganze Zeit gemacht hat. Eine Zigarette geraucht? Ich weiß es nicht. Hello there. Ich verkaufe diese schönen Lederjacken. In meinem Kopf läuft es genauso. Das gerade. Wolltest du mir nicht sagen. Hi. What's up? Ich habe hier ein A. Wundervoll. So, die nächste Quest ist es, zwei weitere Medaillons zu sammeln. Yay. Geil. Eine haben wir schon mal getarnt im Buch. Ja, ey. Wie bei dir, Simon. Panik-Level ist oben. Und ich gucke nur zu, aber es ist wirklich schlimm. Diese Hunter sind, no joke, ey. Da brauchst du wirklich die Schrotflinte. Mit der Pistole fühlst du dich nicht wohl. Ah, da ist noch eine. Oh. Oh mein Gott. Oh. Zum Glück liegen da Sachen rum. Der gute Barry, ne? Hat er hingelegt. Oder? Jetzt war Wesker. Ach, hier ist es Wesker. Draußen hängt so ein Zettel und da steht Wesker dann. Ach, bei Jill ist es Barry, ne? Ähm. Ja, damit sie noch mehr Kampfdaten sammeln können. Genau. Dreht sich ja alles, ne? Natürlich. Ganz wichtig. Anstatt einfach deren Söldner zu nehmen und die vielleicht... Aber egal. Das ergibt alles keinen Sinn. Das sind total scheiß geplant. Nichts ergibt Sinn. Wesker ist ja auch noch Top-Wissenschaftler, das darf man auch nicht wissen. Ja, ja. Und Star-Chef. Parallele Karrieren, warum nicht? Und Demigod. Ja. Aber das kommt erst später. Das kommt erst später, ja. Der Antrag ist hier neu erst geschrieben. Ja. Puh. Alter. Da werden alte Wunden aufgerissen, ey. Top. Top. Ah, da war er. Uff. Manchmal kommt man dem auch vorbei, ohne dass er einen trifft, aber... Manchmal halt auch nicht. Jetzt hast du natürlich den Schlüssel für die weiteren Räume. Das nehmen wir mal mit zur Sicherheit. Wir wollen ja nicht den One mittendrin beenden. Und das über dem Kamin ist nur die Karte, oder? Das ist die Karte, genau. Die kann man sich sparen, ja. Wir brauchen keine Karte. Wir besuchen eh nicht alle Räume. Ich habe auch tatsächlich so gut wie nie auf die Karte geguckt. Nicht? Weil ich bei dem Spiel ne Stunden davor vergesucht habe. Ja, wirklich. Wir haben nie auf die Karte geguckt. Wo könnte noch was sein? Wo war nichts? Lieber 20 Mal in denselben Raum gelaufen. Ja. Strudelsnaker. So, jetzt der Real Fight. Und dann der Real Fight. Eier! Eier! Nein, nicht. Puh! Alter! Nur mit der Pistole und mit einem Kraut bist du da hingegangen. Ja. Ich habe ein Kraut noch nicht mal benutzt. Und das ist eh die beste Frage, ne? Bist allein in diesem Raum, es gibt nur einen Weg raus. Willst du runter gehen? Nee, ich bleib hier! Ängstliche Naturen können sich ja dort einsperren, bis sie verhungern. Sicher ist sicher. Der Zombie kann einen auch erwischen. Das kommt darauf an, wie er sich bewegt in dem Moment, wo der Raum im Speicher ist. Wenn er gleich nach links rüber geht, hat man keine Chance, weil man blind reinläuft in den Zombie. Hm. Was knuspern die denn da? Wie ein Kumpel. So sieht's aus. Kleiner Snack zwischendurch. Hans-Peter Pickup. Hans-Peter Pickup. Keine Fahrstuhlmusik? Leider nein. Wir hören die ganze Zeit die Fahrstuhlmusik. Das ist es. Oberstes Geschoss, Modus, Schrotwinden, Munition und Clips. Man könnte auch sagen, der Tür auf, Tür zu, Simulator 2018. Auch ein paar Blockpuzzles. Wir haben wahrscheinlich auch den Raum ja extra fürs Puzzle designt, also die Hausmacher und dann geguckt, Bücher, wir füllen einfach auf. Nicht, dass wir die Bücher da lagern, wir füllen einfach auf. Da gibt es normalerweise einen Schalter, wenn man da drauf drückt, kommt da so eine Lichtsäule auf diesen Punkt, wo du das Teil gerade hingeschoben hast, damit man weiß, wie lange man das halt machen muss. Das war jetzt gerade eine Mo-Disc, oder? Ja, aber die brauchen wir, um Jill dann zu befreien. Brauchen wir drei Stück. Wofür stand Mo-Disc eigentlich? Das ist auch eine sehr gute Frage. Gab es ja auch im zweiten Teil, ne? Ja. Aber die waren damals so futuristisch, weil es wie eine CD war, in der Case. Das war so wie ein Minidisc irgendwie. Ja, passt schon, ja. Total futuristischer Science-Kram. Ich glaube, das und Metal Gear hatten die Mo-Discs. Glaub sie echt nicht. Hihi. So, jetzt muss ich ja wirklich mal die Gesundheit checken. Die ist eigentlich noch vergiftet, wegen der Schlange? Die Schlange dealt beim zweiten Mal kein Gift. Ah, okay. Die macht nur Schaden. Das ist praktisch. Ah, die Batterie für den Lift. Mhm. Aha, aha. Magneto Optical Disc, sagt uns die Regie. Danke. Danke fürs checken. Da hört sich Mo-Disc ein bisschen cooler an. Das ist auch geil. Für eine Ladezeit, für eine Ladezeit, für eine Ladezeit und dann eine Ladezeit zu haben. Ah gut, da habe ich es wirklich noch akzeptiert. Also so ein Trick es war mit den Ladezeiten und den Übergangsanimationen, aber die gehören einfach dazu. Ja, ich finde das auch eigentlich ganz cool, immer noch. Die Mucke finde ich super. Ja. Ja. Hey, beiseite, Mann. Du kannst gleich weiter schlagen. Hier kommt jetzt auch eine tolle Animation, ja. Aber die kann man ruhig. Ja, ja. Die muss sie jetzt nicht laufen. Ich sage ja, nur sie kommt. Es ist ähnlich wie bei der ersten. Da geht einer den Weg lang, macht die Tür auf und plötzlich steht einer. Es ist nur ein Zombie. Das ist eigentlich das Unspeklatenlehre daran. Man denkt, okay, jetzt kommt wieder ein krasses Monster und nur ein Zombie. Ja. Dann ist es halt nur sowas. Ja. Ah, Ficker. An dem kommt man nur vorbei, wenn man diesen Grab in den Rücken nicht macht. Hat er gerade getan. Dumm. Ah. Das ist immer dieses schöne Stilelement. Auch dein Charakter geht zurück und du siehst noch nicht, was es ist, weil es durch die Kameraperspektive verdeckt ist. Ja. Das könnte sonst was sein. Jetzt müssen wir wieder im Gang unten sein, oder? Ja. Ach, schönes Shortcut-Design. Das ist schon etwas Dark Souls-mäßig. Dass man sich echt freut. Oh, geil. Jetzt bin ich hier. Jetzt habe ich endlich den Durchgang. Ah. Was machen die denn hier? Die sind überall. Wir machen eine Hausbesichtigung. Lassen sie sich nicht ablenken. Ja, aber dieses vertragte Wege öffnen, Abkürzungen und sowas ist ja inhärent bei Resident Evil und ähnlichen Games. Jetzt sind wir nicht geschrien. Sie sind in der Monster-Stule immer aufgepasst. Erst hauen, danach. Der ist so gescriptet. Der muss das machen. Okay. Fuck! Hallo! Tada! War das gerade Hunter Jazz-Hands? War die Jazz-Hands, ja. Ja, sie haben die Hände dafür. Sie machen es nur mit den abgetretenen Händen ihrer Opfer. Ja! Man könnte es so eine gute Parodie machen, verdammt. Oh, jetzt muss man die retten. So, und von dem lasse ich mich jetzt absichtlich treffen, weil wenn man da versucht auszuweichen, kann es passieren, dass man in der Entfernung kommt, wo er diesen Schlag ansetzt zum Köpfen. Nein. Und solange er schön nah vor mir steht, passiert das nicht. Sehr schön. Nice. Ah, okay, also hättest du einen Abstand gehabt, dann hätte er vielleicht den Kopf. Oh ja. Ich meine, du hast es nicht gespeichert. Es ist der eine Versuch jetzt, ne? So sieht's aus. Und vorgestern habe ich so einen Run beendet. Dachte ich mir, ich versuche mal auszuweichen und mir den Schaden zu sparen. Warum zur Hölle hat sie eigentlich keine Waffe? Sie ist doch auch ein Stars-Mitglied. Die enge Hose passt keine Waffe. Wenn die Hose nach unten am nächsten zu Ende gehen würde, dann wäre vielleicht Platz für eine Tasche. Das ist wie bei Hot Shots, der Stoff nach unten ausgegangen, ne? Ja. Wir hatten nicht mehr. So, jetzt packen wir ein bisschen was weg. Wir brauchen des The Crack. Des Oh, unbewaffnet. Und den Schlüssel brauchen wir auch nicht mehr. Zum Not haust du mit dem Crank zu. So sieht's aus. Oh nein, meine einzige Schwachstelle. Meine Achtkant-Vertiefung im Rücken. Wuch, die drei Zombies sind weg. Da sind andere Freunde da. Der hat sich versteckt, der Lümmel. Ich werde ihn überraschen. Oh nein, er ist durch die Tür. Oh nein. Der trifft einen immer einmal. Aber wenn ich so ein bisschen zurückgehe, habe ich so für mich das Gefühl immer, dass er es auch nur einmal schafft. Wenn ich so das Trade-Off in den Zug gehe, ist es schon mehrfach vorgekommen, dass er mich zweimal getroffen hat. Mhm. Das ist immer wieder spannend. Jetzt hat er was Cartoon, wie sie auch immer so dastehen. Und dann so wie so eine Katze, die irgendwie schon auf den Weg kommt. Herrlich. Wollen sie nicht irgendwie als, war es im Handbuch, wo sie als haarlose Affen bezeichnet wurden? Oder, ich glaube, das sind doch mutierte Affen, sollen das sein? Echt? Ich dachte, das wären so Froschwesen. Dachte ich auch. Also ich habe es irgendwo im Kopf. Das kann sein, dass ich mich irgendwo um etwas zusammenbringe mit etwas anderem. Die haben auf jeden Fall weder was mit Fröschen noch mit Affen gemeint. Mit Raffen. Weder Frösche noch Affen haben solche Krallen. Also sie sind ja auch mutiert, ne? Ja. Es gibt auch seltsamerweise Türen, die kann man aktivieren, wenn man einfach so an ihnen vorbeiläuft. Und dann gibt es Türen. Da muss man einen ganz spezifischen Punkt treffen, sonst gehen sie einfach nicht auf. Also... Bist du recht in der Annahme, dass du die Magnum nicht mitnimmst? Richtig. What? Welcher Mensch, der bei klarem Verstand ist, lässt die Magnum rumliegen. Jemand, der gar keine Waffe dabei hat zumal. Ja, ja stimmt. Brauche ich nicht. Ist ja gar keine Waffe hier mit drin. Speedrunners. Beyond Human. Achso, das brauchen wir ja gar nicht noch mehr. Neu, willst man neu starten, das sind drei Sekunden. Ah, geht gar nicht. Da hat man da auch immer so Automatismen im Kopf. Er hat den Raum betreten, den muss ich durchmachen. Ja, ja, ja. So, jetzt die Batterie da reinschieben für den zweiten Lift. Und dann sind wir aus der ganzen Ecke raus, ne? Dann kommen wir nie wieder zurück. Dann sind wir schon relativ... Dann sind wir an den Katakomben erst mal. Oh, stimmt. Die Katakomben, ja. Ach ja, genau. Dann noch ein bisschen Verräterei. Und ein paar Dialoge. Man trifft auch mal jemanden. Es wird auch mal jemand getroffen. Im wahrsten Sinne, ja. Ich erinnere mich, dass der Dialog mit Jill super, super cheesy war. Ich erinnere mich nicht mehr, wie es mit Chris genau war. Wenn er die Person... Er hat weniger Dialoge auch, habe ich das Gefühl. Barry ist sehr präsenter bei Jill. Barry ist halt der Knaller. Der Hunter ist eine Form gentechnisch veränderter B.O.W.s, die mithilfe menschlicher Embryonen und der mutagenen Wirkung des T-Virus entwickelt wurde. Also menschliche Embryonen mit Reptilien-DNA. Ah. Oder im Fall des Gamma-Hunter-Amphibien mit menschlichen Embryonen und der Infizierung des T-Virus von der Umbrella Corporation zu der resultierenden Kreatur entwickelt. Da haben wir einfach also unentwickelte Babys mit Reptilien-DNA gekreuzt. Alter. Vielen Dank für die Info, Gregor. Das war sehr, sehr nice. Dann weiß man mal, wo das her... Ah, verdammt. Wo das herkommt. Jetzt finde ich die Viecher noch creepier. Ja. Also ich habe auch jahrelang nur dann eher gedacht, das sind mutierte Frösche. Ja, ja. Froschviecher halt. Weil sie können springen. Hier hätte ich natürlich das Wasser wieder auslösen müssen. No. Crank it up. Ja. Und dadurch ist jetzt der Weg unten in die Katakomben frei. Durch den Wasserfall, oder? Genau. Hundo. Braver Hundo. Immer wieder schön. Wie ich mal vergessen hatte, für was das blaue Kraut zuständig war, als ich Resident Evil 2 durchgespielt habe. Ich habe es vergessen, ich habe es immer wieder genommen und da habe ich am Ende gemerkt, scheiße, das ist gegen Vergiftung und ich konnte Resident Evil 2 nicht mehr durchspielen, weil ich vergiftet war am Ende und keine blauen Kräuter im Spiel mehr durch waren. Oh. Let's get down. Das klassische hinter der Baunseletter. So ist es immer. Ich glaube, ich habe blau nie benutzt. Also, das kann mich nicht erinnern. Höchstens zu mixen. Ja, genau. Aber da habe ich dann oft gemixt und auch gemerkt, okay, es bringt ja irgendwie gar nichts. Ich dachte ja irgendwie, ich nehme was und das baut zu Resistenzen auf oder so, aber gar nicht. Das ist einfach nur ein Ding. Und vor allen Dingen, wenn du wirklich mal, wenn es wo etwas gibt, Nimmst du den Flammenwerfer auch nicht. Gab es fast immer vorher, nachher auch ein blaues Ding. Aber der schießt Feuer. Der schießt Feuer. Das ist korrekt. Mit Verschlammen heißt es doch, ne? Ja. Wir nehmen den Flammenwerfer an einer anderen Stelle, aber auch bloß, weil wir den brauchen, um eine Tür zu öffnen. Spöre. Oder? Ne, komm, jetzt kommt jetzt der Drehgang. Naja, wir kommen gleich schon dazu. Der Spinn ist so. Jetzt kommt Indiana Jones, oder? Doch, ne, noch nicht. Enrico erst mal. Wo kam das her? Oh well. Na gut. Nope. Schnell hinterher. Double-Crosser? What did he mean by that? Ja, mit Jill ist es noch um einiges cheesiger. Yeah, Crank-Time. Jetzt haben wir zwei Cranks im Inventar. Was soll uns jetzt passieren? So wie Nunchucks. Crank it up. Nunchucks, Double-Crank. Schraubst links und rechts Sachen auf und so. Vielleicht kannst du es modden. Oh ja, das nur mit einmal drehen. Ah, das ist wirklich. Das sind übrigens die Reskinned Hunter, die exklusiv in der Sega Saturn-Fassung drin sind. Das wären bei der Playstation jetzt auch ganz normale Hunter gewesen. Ah, die haben so ein Buckel. Ja. Blasenbuckel. So ein bisschen aus wie so große Insekten fast schon eher dann, ne? Ticks heißen die. Ah, so Zecken. Schreibmaschine benutze ich nicht. Das ist wirklich mit Abstand das Dümmste. Ich meine auch. Vor allem, du musst es richtig drehen, damit er da vorbeilandet. Ich glaube, sie drehen den ganzen Raum. Wir merken es nicht. Die ganze Welt dreht sich. Umbrella. So ein verdammter Mechanismus ist auch erst mal gebaut. Da muss ein Statiker hin. Was das alles gekostet haben muss. Das gleiche Dilemma wie mit der Betthöhle. Damit niemand darüber Bescheid weiß, müssen alle Bauarbeiter umgebracht werden. Wir haben eine Waffe. America. Fuck yeah. Eine große Kugel. Rolling Rocks. Gegen jegliches Gesetz der Physik. Es ist ja kein Gefälle in nichts. Kein Mechanismus dahinter. That was close. Genau, ey. Roll wieder zurück. Den hatte ich vergessen. Wei. Ach, mit der Säure. Und dann machst du das. Oh. Sehr gut. Nice. Ah, toll. Tja. Mit den Eifern haben wir auch schon mal gesehen. Groß, ich bin haarig und ich bin schwarz wie jeden Tag. Wenn du mich beißt, dann nehm du mich ärgerst. Beiß ich sie zu. Und dann ist ganz schnell schicht im Schacht. Ich hatte Augen und auch Beine. Dann seh ich ganz schön scheiße aus. Darum geh ich auch so ungern und so selten aus dem Haus. Spinny. Spinny. Rufe an. 66666666. Mit den Spinny Song. Wir hätten so viel Geld daraus gemacht, als damals noch Klingelzöne verkauft wurden. Wir hätten es machen sollen. Wir hätten da einen Deal mit Jamba oder wie die heißen machen müssen. Dann wären wir die Lochis heute. Oh, ich habe gerade, mir fällt gerade auf, ich habe was vergessen. Ich muss nochmal zurück. Wow. What? Ja. Weil wir dich so voll gelabert haben. Ich sag's doch. Und der nimmt nur einen Slot weg. Das ist doch... Nein. Ist nicht schlimm. Wir müssen nur einmal durch den Raum draus. Was hast du denn vergessen? Ich habe das zweite Buch vergessen. Ach. Ah, nee, das kommt jetzt erst. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Okay. Ja, also wieder zurück. Wir haben ja eine Ladezeit für umsonst. Alles gut. Wollen wir mal gucken, ob die Spinne noch da ist. Sie ist noch da. Ja, gut. So, OCD. Check nochmal, ob die Gegner da sind. Genau, das ist nämlich ein anderes Routing. Das probiere ich erst seit zwei Tagen. Dass ich oben durchs Haus gehe und gar nicht die Waffe mit dabei habe. Ich habe einmal geballert mit dem... Ja, hätte man denn nicht die Tür damit frei... Das Problem ist in dem Fall das Auto-Aiming. Wenn ich versuche... Ah, jetzt auf die Tür. Genau. Ich verstehe. Und das kann man auch nicht im Menü deaktivieren. Das ist da. Der Crankening. Das ist auf jeden Fall der MVP. Der Resident Evil. Das ist... Das neue Resident Evil Remake. Aber von der Perspektive des Cranks aus. Wartest 90 Minuten, dass er dich kurz greift, was Aufrittung wieder hinpackt in die Kiste. Finn. Ja, muss er auch was tun für sein Geld, ne? Mhm. Es gab damals für den PC, gab's ne... Demo... Also es gab ja ne PC wieder, aber es gab ne Demo-Version davon. Mhm. Wo alles so auf die Ordner gelegt wurde, dass du die CD kopieren und dann die Ordner die Sounds austauschen konntest. Mhm. Das war ein Spaß. Wir haben halt natürlich alle Schüsse, klangen wie Fürze. Die Zombies irgendwie haben noch so... Klangen wie Fürze. Es klang überraschend viel nach Fäkalgeräuschen. Das ist korrekt. Weißt du, woran mich das erinnert? Jemand hat Doom 2. Da kann man es ja auch mal mit den Geräuschen nennen. Da wurde jeder Soundeffekt und jede Grafik in diesem 2 gegen Tim Taylor von... Können wir wieder her? Also dieses... Wie beim Nerdquist dieses... Jeder Soundeffekt war... Oh, alles geil. Da gibt's ne YouTube-Videos, musst du ja anschauen. Das gibt's irgendwo, wo jede Textur durch Nicolas Cage Gesicht ersetzt. Also ich bin mir nicht, ob's Doom war oder irgendwas, aber das ist auch so absurd. Das ist Kunst. Einfach Kunst. Ach Gott. Wie viele Variationen des selben Rätsels kann man wohl machen? Stellst du dir vor, dass... Hey, hey. Viele. Man kann den Crank nicht oft genug benutzen. Ja, aber auch mit dem Schieberätsel noch. Das ist doch super. Das ist gekrankt und geschiebt. Perfekt. Na? Noch ein Buch. Ja, Herr Polizeikommissar, wir haben ihn aufgelesen. Er ist ja dabei. Zwei Cranks, zwei Bücher. Wir wissen nicht, was wir mit ihm machen sollen. Von dir kriegen sie auf jeden Fall nicht viel Kampfdaten. Nö. Renn-Daten. Fluchtdaten. Bist ja nicht mehr bewaffnet. Außer mit Cranks jetzt. Jetzt sind wir im letzten Drittel, Viertel? Wie lange? Viertel, Fünftel vielleicht sogar nur. Ja, das geht so schnell. Das geht relativ fix jetzt. Kommt schon das Ende fast. Und das neue Routing mit ohne Waffe habe ich jetzt speziell, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, mich hier an der Stelle zu heilen. Ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen safer, weil mit dem alten Routing wäre das Inventar voll gewesen. Mhm. Das gönnen wir uns. Na? Das halt auch bei der Saturn-Fassung. Bei der Playstation-Fassung kommt das Menü direkt, wenn man auf den Kopf drückt, ne? Mehr Ladezeiten. Wir waren noch nicht ganz gesund. Ach ja. Buch? Darf ich voll zu lesen? Wo ist jetzt die andere Medaille? Komisch, das Buch war so schwer. Frag mich, warum klimperte so leicht. Ob es ja überhaupt in der Bibliothek irgendein echtes Buch gibt, oder ob es einfach alles in der Verstecke sind. Du wolltest irgendwas zum Lesen für den Abend haben, ist einfach eine Glock drin. Hast du schon wieder ein Schnaufer-Glocken und Medaillons. Gib mir doch nur ein Buch. Ich wollte was lesen, verdammt. Das kannst du gerne wegdrücken. Die ist unspektakulär. Da hat sich was geöffnet. Der Weg ins Labor. Genau dieser. Jetzt kommen auch die nackten, respawnenden Zombies, oder? Genau die. Die respawnen aber nur drei bis vier Mal. Ich weiß nicht ganz genau, ob es drei oder vier Mal war. Das zum ersten Mal, das ist schon toll. Noch nicht weiß, was kommt. Irgendwie, oh Gott, es fühlt sich alles so nach Endgame an. Hier habe ich mit Abstand die meiste Zeit verbracht, wegen dem blöden Rätsel, wovon wir vorhin gesprochen haben, natürlich. Den ersten Part in sechs Stunden und den letzten zwei Jahre. Ja. Ich denke auch immer, der Labor-Part ist länger, aber da denke ich mir an Resident Evil 2, wo du dann natürlich dann substanziell mehr Sachen hinter dich bringst. Mit dem Virus und alles. Moment, da war ein Labor da drunter. Oh mein Gott. Ich meine, jedes Polizeirevier sollte ein Labor haben. Alles. Jedes Gebäude ist in Resident Evil so gebaut, dass sie zum gleichen Labor führen drunter. Ja, ganz viel Queen City ist komplett untertunneln. Die sind ja gar nicht nackt. Die sind auch nicht nackt. Unten die sind nackt. Unten ist die Party. Und man fragt sich halt, wie ist es dazu gekommen, oder? Was haben die da für eine Party gefeiert? Das war so ein bisschen, oh, wir wurden überrascht, jetzt kommt der Zombie-Virus. Eigentlich wollten wir... Eigentlich war heute Swinger-Freitag. Ja, ja. Wollen wir los? Nee, oder die dachten sich auch, shit, wir sind eh bald tot, wir haben den Virus. Machen wir nochmal das Beste drauf. Das ist, finde ich, die beste Ergänge. Weil die wissen Bescheid, die wissen, jetzt ist es bald vorbei. Gern Tagebücher, würde ich gerne lesen. Oder vielleicht Videos gucken. Geil, geil. Schöner alter Computer. Ja, hier war das. Roppels. Roppels Computer. Raccoon Online. Police. Ja, ja. John, Ada. Ah, natürlich. John und Ada, ne? Ada Wong, die Verräterin. Sowas finde ich aber auch geil. Weil so eine wichtige Figur wie Ada in dem Spiel genamedroppt, ne? Das ist toll. Ja, bevorher. Also irgendwie, Ada ist mir echt ans Herz gewachsen im zweiten Teil. Ja, dann auch. Beziehungsweise hier, Leon. Erste Stockwerk auf. Und hier war das Passwort, was ich nie gefunden habe. Mole. Mole, 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 mole. Das findet man in diesem Raum mit diesem Blaulicht, oder was ist das da? Richtig. Richtig. Da ist so ein Gemälde, was so ein... Ja. Wir alle wissen, was sie lieber gemacht hätten. Ja. Das ist irgendwie so lustig. Nur diese Sequenz hat diesen Computer und die Hand und alles... Ja, und Daumen noch. Nicht schlecht. So, die klassische Zehnfinger-Taktik benutzt er aber auch nicht. Irgendwie mal den Mittelfinger. Wenn du es verkackst, haut er, glaube ich, auf die Tastatur. Ja. Er ist kein guter Computer-Benutzer, ne? Er lässt alles an der Hardware aus. Ich will nur andere Tournament spielen. Verdammt nochmal! Oh, da sind sie. Die Zelda-Typen. Das ist auch so eine Stelle, die viel Energie kosten kann. Wenn es der vordere Zomit dazu entschließt, ein Stückchen schneller zu laufen. Mann, so Schalter hinter einer Wand sind. Faszinierend. So was brauche ich auch zu Hause. Das ist auch... So sieht ein Sicherheitsschlüssel aus, ne? So ein richtiges Ding ist mit so einem Umbra-Logo noch drauf. Biohazard. Ja, eine Form, die du nicht so als Schlüssel identifizieren würdest. So sagen, das macht schon was auf, aber ich weiß nicht wie. So, und jetzt versuchen wir durch die ganzen Räume mit den Chimeras, diesen Kehrfern, die an der Decke langkrabbeln, möglichst energieverlustfrei durchzukommen. Die krallen einen doch so von hinten, oder? Genau. Ja, in zwei fand ich die nervig. Hey, willst du Party? Hey, warte einen Moment. Hey, warte einen Moment. Oh, die sind auch schrecklich. Oh, ey. Aber hier gibt es auch eine coole Cutscene, glaube ich, oder? Hier? Nicht, dass ich wüsste. Nee, dann war es wahrscheinlich im zweiten Teil. Ja, die sind auf jeden Fall präsenter noch mal im zweiten. Ja. Ja, die sind auf jeden Fall präsentiert. Ja. Ja. Nice. Du weißt ja gerade den 100% dran, was bedeutet 100% konkret, dass dann alle gerettet sind? Genau, dass alle Charaktere gerettet sind. Es wird im Rating dann auch vermerkt. Es gibt noch Bad Ending, wo man gar keinen rettet. Es ist wesentlich schneller. Es ist wichtig, dass ich selbst gerettet bin. Aber Barry muss man retten. Er ist Papa erstens und er hat die besten Sprüche im Spiel. Wenn du ihn triffst mit Jill, dann gibt er dir immer was Tolles. Hier, aus Maldiva 4. Super Typ, der Barry. So, 4 Minuten Cut 10. Chris! Hat sie halt einfach vergessen. Ach ja, die gibt es ja auch noch. Rebecca, oh ja. Ich bin überraschend. Ich sah dich im Garten. Ich habe dich mit dir aufgelöst. Okay, wenn du mal hier bist, komm halt. Ja, wirklich. Hier bist du sicher. Der hätte die einfach im Haus gelassen. Hier an deinem Klavier oder so. Ich warte immer noch drauf. Ich liebe noch die Musik. Die Tür geht immer auf und zu. Die ganze Zeit. Ist das schön, dass Rebecca ihre Medic-Stuff einfach wie so ein Bernadiner hinten in dem Säckel dabei hat. Oh. Als meine subordinate, du hast wunderbar talent. Ich würde nie arbeiten für eine Firma wie Umbrella. Und Wesker, du warst mit Umbrella. Was meinst du? Seit wann hast du been an Umbrella Agent? Und ein Traitor zu den Stars? Du bist falsch. Ich warst mit Umbrella, ja. Aber jetzt bin ich bereit für alles. Auch die Vigilante Stars. Jetzt. Die schlimmste mögliche Situation ist passiert. Die Fehler des Experimenten hat ein Virus. Eine biologische Weapon. Das gesamte Labor. Nein, das schlimmste mit einem Tyrant-Virus. Ich verletze meine St.A.R.S. Teammitglieder wegen mir. Du hast sie mit deinen eigenen Händen. Hast du ihn, Enrico? Wirklich? Ja. Oh shit Sherlock. Ich möchte auch was sagen. Oh nein! Rebecca! Don't move! If you do, I'll kill you. Chris, I have something to show you. Now, walk. Warum zeigt er das? Er ist ein Show-Off. Er ist ein Angeber, oder? Ja. Da wussten wir nicht, was für ein Typ Wesker ist. Wir hatten ja gar keine Ahnung. Massive Global Saturation. Das war so geil. Soll ich's laufen lassen? Hast du das grad weggedritten? Nein. Ich verstehe. Oh Gott. Ja. Da wirfst nur einen Stein gegen, er ist tot eigentlich. Die haben auch dieses Sicherheitsglas nie verbessert. Nee. In keinem Renniebeteil hält es. Danke, dass du es laufen gelassen hast. Ja, ich danke dir wirklich. Das ist schon das muss sein. Das? Das ist richtig. Das ist die ultimative Form. Tyrant. Äh. Wohhohohoho... Chris? Hahahaha. Stop it. Wesker, du bist pittifull. This is your savior. You say this failure is your savior? Ach ja? Ich werde es dir gleich zeigen. Oh nein. Das ist alles so. Dieses große Herz, was über die Schulzeichen ausragt. Großherziger Typ. Nein, komm nicht hierher! Geh zur Hölle. Jill wird dir auch zusammen. Was? Ich? Geh nicht hierher! Nein! Das war's. Wir werden ihn nie wieder sehen. Der ist gut tot. An der Blutlache siehst du, dass er auf jeden Fall tot ist. Ja. Auf sein Herz! Was machst du denn? Nein. Ja, hier ohne das Auto-Aiming. Schwierig. Ja, total. Also noch rechtzeitig umdrehen, wieder positionieren. Und Offscreen anballern. Nicht schlecht. So. Und jetzt kommt die Überraschung der Satron-Fassung. Oh! What? Okay. Oh shit! Das hab ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Das hab ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Krass. Vergiss bitte nicht mich! T2. Ja. Ist im Prinzip dasselbe noch, ne? Ja. Ja. Aber wenn man die anderen Fassungen kennt und denkt, naja, ach komm, die 20 Schuss reichen schon, die ich in den Raum reinnehme. Ja. Eieiei. Ich finde, die sind aufprogrammiert, nicht aufs Herz zu schießen. Der andere ist auch schon aufgelöst. Nice. Da wird keine Sekunde verschwendet, um zu trauern. Auf zum Helipad. Ne, musst du noch jemanden befreien? Nein. Jetzt musst du den Jumper. Ich muss den Jumper noch befreien. Ja. Ja, der Jumper wartet noch ein bisschen. Oh. 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 Wow. Ha. It seems like this bulletproof jacket is pretty strong. I see. We know about Captain Wesker. Danke. He is sleeping with the ultimate failure. Hurry up. Sie rafft überhaupt nicht, was du erzählst. Sie rafft's nicht, ne? Yeah, whatever, man. Let's get the fuck up. Das lustige ist, wenn man Resident Evil Zero kennt ja, da ist sie ja eigentlich kampfabruppen. Das spielt davor. Und hier ist sie so... Ja. Sie hat ihren Teil erledigt, sie braucht nicht mehr. Diese Argumentationskette von Chris so, ultimate failure, ultimate savior. Was laberst du denn? Ja. Ich hätte immer echt geiler schreiben können, ja. Äh, japanisch hat's wahrscheinlich mehr Sinn ergeben. Das glaub ich auch. Oh, sein Gesicht. Was? Rebecca? Ich habe ein Forschungsfalt in diesem Lab gesehen. Sie hat gesagt, dass ein großartiges Forschung auf das Tyrant Virus existiert, hier. Wir sollten diesen Ort aufbauen. Äh, ja. Wir sind alle über unsere Hände. Rebecca, kannst du das tun? Ja, Herr, ich werde ein Triggerungssystem für eine Bombe setzen. Okay. Jetzt haben wir eine Chance, zu weg. Wir sehen uns außerhalb des Haus. So, und ich spiele das jetzt extra safe, weil jetzt kommt gleich der Raum, der Toten Verderben bringen kann. Mhm. Deswegen gehe ich hier nochmal rein und hunde nochmal ein grünes Kraut. Dass man dann nicht kurz vor Ende des Spiels dann doch sagen kann. Och, naja. Hat nicht geklappt, ne? Grünes Kraut. Sind wir dir sehr dankbar. Ach, das macht doch immer wieder Spaß. Wenn ich einmal eine andere Waffe benutze. Wenn ich ins Labor normalerweise da mal reingegangen bin, da benutze ich die Pistole erst gar nicht mehr, sondern nur noch Magnum Shotgun und alles andere. Ist hier ohne Ende Granaten zusammen gemischt. Ja. Wie gesagt, das würde ich sonst nicht machen, aber ich habe auch schon so viele Runs in diesem Raum verloren. Ja. Better safe than sorry. Noch ein paar Blockpuzzles. Mhm. Das machen wir allerdings nicht zu Ende. Ja. Normalerweise würde man die Kisten auf diese Lüftungsschichte schieben. Mhm. Das ist spannend, noise. Das ist all about speed. Mhm. Das ist sehr nice. Das wüsste ich gar nicht, dass das so geht. Die Energie geht halt auch sehr schnell runter in dem Raum. Mhm. Wenn man da nicht schnell genug ist. Und wie üblich bei Resident Evil fliegt zum Schluss alles in die Luft. Ja. 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 Das ist der Alarm. Das ging ewig lang. Mhm. Und immer dieser eine Satz. Mhm. Ich habe schon wieder vergessen, wie der war, aber der war nervig. Ja. Ja. Das ist dieser Raum. Immer. Ja. Ja. Ich werde versuchen so viel zu erschießen, wie es geht. Wie gesagt, da gibt es auch ein sehr riskantes Setup, wo man einfach durchrennt. Das geht aber halt sauschnell in die Hose. Na. Sehr gut. Und die letzte Modus. Jawohl. Sound-Effekte sind cool. Okay. Ach, toll! Das ist schlimm. Haben wir doch noch ein bisschen Action gesehen. Das Ding ist halt, bei Resident Evil 1 schlottet man die Zombies nicht weit genug weg, wenn man getroffen wird. Und wenn sich da drei um einen herum positionieren, dann war es das mit dem Run. Genau, beim zweiten war es ja so, dass wenn mehrere da sind, du gebissen bist, dann schubst du die weg und die anderen fallen auch noch um. Richtig. Das passiert ja nicht. Hier greifen sie einfach alle dann drei rum. Och ja, jetzt bin ich mal dran. Darf ich kurz vorbeißen? Und, den haben wir jetzt hier? Tja. Jill, bist du da? Hey. Chris? Oh. Kiss mich, du Schuft. Jill, du bist alles richtig. Ah, ja. Wesker ist hier. Er ist... Oh, ich weiß. Anyway, let's get out of here. Aber warte, da fehlt doch noch einer. Rebecca, die setzt gerade die Bombe in Gang. Aber was ist mit Barry? Den sieht man gar nicht, ne? Den sieht man hier nicht. Aber am Anfang hat noch... Hey, wo ist Barry? Mittlerweile ist er egal. Let's get going. Das war abgeheimnisend. Well, he is probably... Er untersucht oben noch die Blutlache. What is this? Zwölf Stunden später. It's blau. Hope this is not Chris' blood. Watch out, Jill. He's insane. Let's get going. Ein letztes Mann raushüsten. Genau. Dich. Dich. Man weiß ja nie, was passiert. Die 3-Hit-Kombo vom letzten Entwickler, die kostet richtig Energie. Du brauchst ja eigentlich nur, musst ja nur warten, ne? Bis der Freimeinsprit abgelaufen ist und zufällig jemand einen Raketenwerfer dabei hat. Aber das war ein toller Moment. Also es war so, oh, okay, geil. Und dann hast du ihn in der Hand. Jetzt kommt das Finale. Aber kurz davor nochmal das schwerste Rätsel im ganzen Spiel. Warum haben sie das überhaupt gemacht? Damit man wahrscheinlich sicher geht, dass hier auch ein Slot frei ist. Du hast recht. Ja. Und damit man dann oben die Rakete abfuhrt. Das ist gar nicht so dumm. Das muss es sein, ja. Es sind 3 Minuten bis die Explosion. Ich habe es geschafft. Ich setze das Trigger-Systeme für die Bombe. Great. Rebecca, Brad's a helicopter. Look at this monster. Jemand ist hier gefault. Let me take care of them. Chris, get in contact with Brad. Und Rebecca hat eine Knarre. Mhm. Look at those monsters. Da ist ein bisschen keine Muni drin. Ja, sie hält sie nur so. Man hat sie schießen gesehen. Ist auch genau. Man sieht es durch die Auflösung nicht, aber sie hat eigentlich nur die Hand so. Und ihr habt einfach mal eine halbe Minute gelabert, Leute, da unten. Seht ihr denn den Timer nicht? Das sind keine echten 3 Minuten. Das sind Resident Evil 3 Minuten. In 20 Sekunden explodiert Namek. Mhm. So ungefähr. Ein Fleur. Wee. Get to the chopper. Chopper, chopper. Der Pilot Brad sagt sie wahrscheinlich auch. Ach, danach wird mir nichts passieren, wenn ich die hier mal rausgeholt habe. Easy peasy. Ups. What? Wir können ja die letzte Munition nicht mehr machen. Achso. Ausrüsten müsste ich sie vielleicht auch noch die ganze Zeit umrum gewandt. Mhm. Mhm. Oh, nicht genau in die Ecke. Da war schon der Aufschluss. Oh, Apaka. Brad ist schon eine unfassbare Hilfe. Das ist der Ansatz zum, zur 3-Hit-Kombo. Neugestaltung des Innenhofs, ja? Mhm. Come on, Brad. Do something. Ja. Ja. Use it! Destroy the monsters with it! We will. Nice. Yeah. Ow. So, das ist es jetzt, bereit für den Timer, und das war's, oder? Nochmal drücken, nochmal richtig durch? Ja, nein, der Timer funktioniert momentan nicht, das müssen wir nachträgen. Ja, ja, aber ihr seht jetzt zu Hause den finalen Timer, wir sehen ihn gleich, wenn wir das Spiel nach den Credits sozusagen. Dass wir mir die Ingame-Time mit allen Cutscenes, die wir uns angeguckt haben. Ey, wunderbar, das war ein sehr, sehr schöner Run. Danke, danke, hast du echt gut gemacht. Ein paar Zombie-Dodges haben halt nicht geklappt, aber wie gesagt, das ist auch teilweise Glück. Das ist aber auch kein elegantes Fliegen unbedingt, ja. Die Ratings in Resident Evil werden ja vergeben, je nachdem, wie oft du gesaved hast. Zeit. Die Zeit, genau. Und First End Spray, glaube ich. First End Spray auch. Ist es da noch irgendwie, welche Waffen man benutzt hat, oder spielt das nicht ein? Beim ersten ist eigentlich bloß die Zeit, die entscheidend ist. Also wenn wir jetzt den Raketenwerfer zum Beispiel freispielen. Und noch ein Blick zu Rebecca. Oh, das haben sie in Farbe gelassen. Einmal in die Kamera. Ja, ja. There you go. Mit den Hosen von Jean-Claude Van Damme. Wir sitzen in unserem Render-Helikopter und freuen uns. Das war schön. Noch nie hat ein Zombie-Film so geendet. Das Interessante ist, für den Abspann haben sie für die Saturn-Fassung nichts eigenes gemacht. Sie haben einfach den Playstation-Abspann genommen. Das sieht man auch sehr schön an den Charaktermodellen. Sie sehen halt auch anders aus, ne? Man sieht ja jetzt, wo wir die Saturn-Fassung die ganze Zeit gesehen haben, sieht man den Unterschied, dass die Modelle doch schon ein bisschen aufwendiger waren. Wir hatten diese eine Szene, wo Chris recht nah an der Kamera war. Der hatte auch ziemlich detailliertes Gesicht gehabt hier. Und diese Gitarrenmusik dann am Ende. Hallig. Haben sie echt durchgezogen, auch beim zweiten. Am Ende muss immer ein bisschen E-Gitarre kommen. Ja, nichts schreit mehr als 90er Jahre. Die japanische Sega Saturn-Musik. Könnte auch ein Fußballspiel sein gerade. Ja, war großartig. Es war sehr schön, das in der Form mal zu sehen. Wie gesagt, meine Saturn-Version war leider kaputt. Ich hab mit der nie das Ende gesehen. Also auch nicht den zweiten Tyrant, sondern dann auf der Playstation eben das gespielt. Ich wusste das nicht mehr. Einer hat komplett vergessen. Der kommt halt nur auf dem Saturn. Ja, aber die Saturn-Version auch gespielt. Deswegen wundern sie mich. Aber vielleicht hab ich sie auch nicht durchgespielt. Vielleicht hast du auch nicht gut Ending gespielt. Das kann sein. Bei Ending kommt sie auch nicht. Das kann sein, ja. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Jawoll. Bloft. Das ist ein schöner Effekt, finde ich. Mit diesem Bild, wo die rausgehen. Das ist irgendwie ziemlich cool. Style. Faktor. Ein bisschen tanzen. Klingt der Arm gerade durch sie durch. Darüber reden wir nicht. Die Mucke handelt mich immer so ein bisschen an Sega-Rallye auf dem Saturn. Ja, es ist halt wirklich sehr typische Sega-Gitarrenmusik. Okay. Boah. Das ist auch... Gehen wir nochmal aufs Menü drauf. Regie. 1,40. 1,40. 1,40, 43. Und das mit den Cutscenes. Und die Cutscenes wärs dann wahrscheinlich drunter gewesen. Ah, nice. Kannst dir was schönes Neues anziehen. Schön neue Klappotten. Hast du auch unendlich Raketenwerfer jetzt schon? Ja. Das war der, oder? Ja, genau. Ah ja, genau. Stimmt. Nee, aber großartig. Nee, das war sehr, sehr schön. Ist das erste Resident Evil das einzige Evil, was du dann runnst oder von der Nostalgie aus hier, oder würdest du auch andere Sachen machen? Ich, ja, wenn ich das hier bei einer Zeit habe, wo ich mit zufrieden bin, so ich hab so eine 1,37 angepeilt, dann hab ich eigentlich Bock auf einen zweiten Teil. Nice. Vielleicht machst du dann auch eher so obskure Versionen, dann es gibt leider natürlich keine Saturn-Version von Resident Evil 2. Knife-only oder sowas. Dann nimmst du die Game.com-Version. Pfff. Auf dem Tiger handheld, ja. Aber du warst doch jetzt schon bei 7,30 bist du auf jeden Fall gelandet gerade, oder? Ja. Meinst du nicht? Wenn man das abrechnet, wäre vielleicht eine gute Minute weg. Mindestens zwei Minuten, dann noch die Cutscenes und so. Also du warst auf jeden Fall nah dran, würde ich sagen. War sehr gut auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Hat auch Spaß gemacht, sich zu schauen. War echt nice. War auch sehr unterhaltsam. Ja, da sind wir, da hast du echt mal ein Spiel, wo wir wirklich alle, wo wir alle was dazu sagen können, wo wir alle extreme nostalgische Erinnerungen damit verbinden. Und das wollte ich auf gar keinen Fall verpassen. Ja. Vielen lieben Dank dafür. Sehr, sehr schön. Vielleicht noch mal kurz Werbung für dich, für deinen Twitch-Kanal. Ja, follow den auf jeden Fall auf Twitch. Genau, wir hatten es nochmal eingeblendet, machen wir gerne nochmal. Twitch.tv slash MrFilz. Streamst du häufig? Hast du bestimmte Zeiten oder je nachdem, wenn es passt? Ich habe keine bestimmten Zeiten. Ich streame dann, wenn ich kann, weil ich habe auch noch ein Kind und Arbeit. Mach dann einfach da den Follow, das Abo, wenn es geht und dann bekommt ihr mit, wenn es dann so weiter ist. Wir werden dich noch in den nächsten Wochen noch mit ein paar anderen Sachen sehen. Noch ein bisschen oldschooliger als Resident Evil. Wenn ihr euch da draußen bewerben wollt, wir haben eine E-Mail-Adresse speedrandale at rocketbeans.tv. Da könnt ihr uns anschreiben, wenn ihr auch gerne mal hier Sachen präsentieren möchtet. Oder bei Sia direkt per Twitter. Ja. Und du, Sia, streamst ja auch gelegentlich mal. Was ist gerade aktuell das Spiel, was du machst? Ich stream immer noch Zelda Randomizer. Der Randomizer. Davon kriege ich einfach nicht genug. Gibt es da wieder neue Entwicklungen beim Randomizer? Ja, ja, ja. Es gibt immer wieder neue Versionen, neue Sachen. Aber das für ein anderes Mal. Für ein anderes Mal. Wir bedanken euch bei euch fürs Zuschauen, für die Leute hinter den Kameras, dass sie uns das alles schön zurechtgelegt haben, weil gerade schön mit dem Röhrenfernseher das finden wir immer toll, dass das funktioniert. Und viel Spaß. Bis dann. Bis dann. B ниin. T valios muss. Sagst du so spielst du. Bis dann. Bis dann. 이�